Hallo an alle und herzlich willkommen zurück zu einem Buchgeplauder. Ich habe diesmal einen ganz besonderen Besuch von der Sprecherin von Fiona, Chantal Busse. Hallo. Hi. Schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Ich bin super gespannt, was du heute erzählst und super gespannt, weil wir nachher sprechen üben. Also du übst nicht, du kannst es, ich übe und du bringst mir Dinge bei. Ich übe auch noch ganz viel. Ich übe auch noch ganz viel, aber ja, voll gerne, machen wir. Ja, ich bin echt super gespannt und auch nochmal danke. Das hätte ich eigentlich das eben schon mal, wir haben uns ja gerade schon unterhalten. Ich hätte eigentlich mich direkt mal bedanken können, dass du Fiona die Stimme geliehen hast, weil ich durfte mir damals SprecherInnen aussuchen für die Reihe und habe Chantal gehört und so, habe mich so durch die Datenbanken geklickt und war direkt so, okay, sie ist Fiona. Und ich habe bisher auch genau das Feedback tatsächlich bekommen von Leuten, die das Hörbuch gehört haben. Und es ist ja super lang, da kannst du nachher auch noch so erzählen. Das ist ja wirklich ein langes Hörbuch. Ja. Und Leute, die angefangen haben, so beim Putzen morgens, und die haben dann einfach den ganzen Tag durchgehört, so acht Stunden am Stück, habe ich wirklich Nachrichten bekommen. Und ich war so, ja krass, weil das liegt ja an dir und Flemming, dass es so auch durchgehört wird, weil Sprecher machen ja super viel aus. Und das, ja, deshalb danke dafür. Ja, ich danke dir. Aber da, genau, wir reden darüber nachher nochmal, weil das ist ein ganz, ganz verrückter Moment gewesen, als mir gesagt wurde, ja, und die Autorin hätte dich gerne, die hat sich deine Stimme rausgesucht. Und ich war so, was? Das ist unüblich tatsächlich. Ach, echt? Ah, das wäre auch eine Frage nachher gewesen. Ja, genau. Okay, dann kommen wir auch nochmal drauf zurück. Ich weiß nicht, ich bin immer so, ja, ich hätte gerne die und die und die und ich verbringe da Stunden, mit alle durchzuhören. Und dann gucke ich auch immer, also suche man immer zuerst die Frauenstimme aus und dann gucke ich, dass die Männerstimme irgendwie dazu passt. Ich mache das aber auch super gerne. Ich finde das richtig cool, dass man da mitbestimmen kann. Abgefahren. Ja, aber apropos abgefahren, du kannst dir mal so ein bisschen erzählen, wie es bei dir zum Sprechen kam. Wir hatten letztens einen Hörspielsprecher schon da und ich glaube, das hast du ja auch gesehen mit Hannah und sie hat ja auch über das Hörbüchersprechen geredet. Bei ihr war es ja ein recht unüblicher Weg. Sie kam da ja so ein bisschen schon als Kind rein, durch ihren Papa und so. Wie war das bei dir? Wie hat das bei dir angefangen mit dem Sprechen? Stimmt, ich hatte damals den Talk mit Hannah auch gesehen und dachte so, ja, es ist verrückt, wie unterschiedlich eigentlich diese Wege sein können. Und ich erinnere mich, dass du da, glaube ich, in dem Zuge auch gesagt hast, du hast irgendwann mal mitgekriegt, dass es da so eine Schule in Stuttgart gibt und so ein Studium, das man machen kann. Tatsächlich habe ich dieses Studium gemacht. Ah, okay. Genau, ich habe in Stuttgart studiert. Ich habe davor lange Jahre Theater gespielt, so in der freien Szene und so und komme auch hier so aus dem süddeutschen Raum. Genau, und dann wollte ich eigentlich ganz, ganz unbedingt raus hier und weg aus Stuttgart und habe mich gefühlt überall beworben und vor allem in Hildesheim für kreative Schreiben. Da habe ich mich auch beworben damals. Wirklich? Ja, tatsächlich. Nach dem Abi habe ich mich dort beworben in Hildesheim, bei diesem kleinen Campus, ne? Ja, genau, genau. Und ich war da, also es war vollkommen klar, ich will schreiben und habe mich dort beworben und so und habe mich dann eher so aus, so, ja, Plan D. Dann habe ich irgendwie meine Aufnahmeprüfung mitgemacht, habe ich mich noch in Stuttgart für diesen Dersprechen tatsächlich Studiengang beworben, weil mein Freund das studiert hat zu dem Zeitpunkt und der hat mir immer erzählt, ah, so toll und so familiär und so ein ganz kleines Institut und alle, alle fassen sich immer an und man bewegt sich ganz viel und ich höre das so und denke mir so, oh, no way, will ich auf gar keinen fahren und genau und habe mich da irgendwie für Hildesheim beworben gehabt und war da auch und dachte so, toll, das wird jetzt hier irgendwie so mein, mein persönliches Highschool Musical Ding und war eine Woche wirklich vor der Aufnahmeprüfung in Hildesheim war ich in Stuttgart und das war super schön und dann bin ich danach nach Hildesheim und das konnte einfach nicht mithalten und dann war auf einmal aus diesem, aber ich will doch schreiben und tatsächlich, ich habe den Platz in Hildesheim auch bekommen und war dann so direkte Hildesheim schreiben oder Stuttgart sprechen und einfach das Bauchgefühl dann und ich hatte aber ehrlich gesagt keine Vorstellung, was das genau bedeutet. Ich habe einfach nur gedacht, nee, irgendwie zieht es mich da jetzt gerade hin und dann habe ich vier Jahre den Bachelor dort gemacht, das ist ja ein darstellender Studiengang, deswegen vier Jahre, der auch sehr, also ich würde fast sagen, es ist ein Schauspielstudium, aber man hat eben die Möglichkeit, viel mehr den Fokus aufs Sprechen zu legen und die Arbeit mit der Stimme, aber man steht auch trotzdem sehr, sehr viel auf der Bühne und hat sehr, sehr viel Arbeit mit und an dem Körper, weil das ja alles miteinander zusammenhängt, wenn man mit der Stimme arbeitet. Ja, und dann habe ich noch ein Jahr mehr oder weniger pro forma den Master noch drauf gesetzt, weil ich irgendwie so war, nimm mit, was geht. Und genau, und dann ging es aber schon im Prinzip während des letzten Bachelorjahres und vor allem dann im Master so richtig los, dass ich meine Demos, meine Hörproben rausgeschickt habe und dann relativ schnell mit unterschiedlichsten Studios hier aus der Gegend, München und dann eben vor allem dann im Hörbuchbereich viel eigentlich deutschlandweit gearbeitet habe. Zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, auch noch sehr, sehr viel von zu Hause aus. Das wird leider, leider in der Hörbuchbranche immer gängiger, dass viele KollegInnen ein eigenes Studio zu Hause haben, habe ich auch. Und das ist Fluch und Segen zugleich, weil man ist sehr flexibel, man kann halt einfach reinspringen und sagen, yo, das mache ich nur kurz. Und gleichzeitig bei so einer Sache wie Hörbuch habe ich irgendwann gemerkt, boah, mir fällt die Decke auf den Kopf. Also es ist einfach ein Unterschied, wenn man zu Hause sitzt und irgendwie eine Woche oder zwei an so einem Hörbuch-Skript sitzt oder wenn man das in drei bis fünf Tagen im Studium mit Begleitung machen kann. Ich wollte gerade sagen, gerade das mit Begleitung, normalerweise ist da doch auch jemand, der so ein bisschen guckt, hat sie sich jetzt versprochen? Oder ich weiß nicht, hast du World's Collide im Studio aufgenommen oder bei dir zu Hause dann quasi? Nee, im Studio, genau. Okay, weil ich stelle mir das alleine wirklich schwierig vor. Dann machst du das Testhören dann auch selbst? Ja, wobei, also das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, mit welchen Verlagen du so zusammenarbeitest. Lübbe bzw. Lüxet zum Beispiel, die haben ja auch ein Inhouse-Studio normalerweise. Also in Köln, da war ich auch schon ein paar Mal, da hat, glaube ich, auch Hannah davon erzählt, dass sie da immer wieder für Aufnahmen ist. Und für World's Collide aber wurde ich nach Hamburg gefahren, weil ja Fleming aus Hamburg kommt. Und denen war es wichtig, dass wir beide zusammen in einem Studio sind oder zumindest im selben Studio aufnehmen, weil tatsächlich, wir haben uns nicht gesehen. Ah, das wollte ich mich auch noch fragen, ob ihr da irgendwie noch, weil es ist ja so, dass nur eine Person auch gleichzeitig in diesen Raum rein kann. Aber ihr habt euch dann quasi gar nicht getroffen bei den Aufnahmen. Nee, also tatsächlich, die haben da auch mehrere Kabinen. Also wir hätten uns eigentlich auch über den Weg laufen können. Ich habe nur mitbekommen, dass die Tonmeisterin, die mit mir an einem Tag aufgenommen hat, die meinte, ah, morgen nehme ich mit Fleming auf, dann nimmst du mit jemand anderem auf, weil sie dann nämlich ihm sagen konnte, hey, deine Kollegin hat das nämlich gestern so und so gemacht. Ich habe im Prinzip entschieden, wie er ausgesprochen wird. Ja, genau, wie er ausgesprochen wird. Genau, genau. Cool. Das wollte ich nämlich auch noch fragen. Ich glaube, du hattest mir einmal sogar geschrieben, wie du das und das aussprechen sollst und so. Genau. Aber ich stelle es mir auch spannend vor, dass das dann so kohärent bleibt, die Aussprache. Und wenn man dann gar keinen Kontakt hat, insofern ist dann ja voll gut, dass einer vom Studio da war und sagen konnte, hey, aber sie hat das Englisch ausgesprochen oder das Deutsch und ja, total cool. Das ist tatsächlich was, das sind so leicht vermeidbare Fehler, wo ich manchmal dann nicht verstehe, warum das nicht von vornherein viel selbstverständlicher ist, dass dann auch die SprecherInnen miteinander Kontakt haben. Also je nach Verlag, manche Verlage, was ich sehr, sehr schön finde, schmeißen einen auch mit, wenn das geht, mit der Autorin oder so in eine Telegram-Gruppe zum Beispiel. Und dann kann man sich darüber so ein bisschen austauschen und dann auch Nachfragen stellen und eben auch untereinander die SprecherInnen so ein bisschen beratschlagen, hey, wie hast du eigentlich die Figur angelegt? Also was für eine Stimme hat die und so weiter? Und ich habe, ich glaube, letztes Jahr beispielsweise bei einer anderen Autorin in der Reihe mitgesprochen, wo jeder Band, ähnlich wie bei dir, von einer anderen SprecherIn und von einem anderen, also einfach in einem anderen Team sozusagen gesprochen wurde und habe dann irgendwann mal in die ersten oder, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war die Letzte im letzten Team sozusagen für den dritten Teil und habe dann so als Recherche mir die Sachen auf Spotify angehört oder zumindest mal gefragt, so hey, könnt ihr mir irgendwas sagen, wie die die Stimme angelegt haben und habe dann festgestellt, dass beispielsweise eine Figur bei der weiblichen SprecherIn so fast schon so einen britischen Akzent hatte und bei dem männlichen Sprecher klang der aber ganz anders und dann im zweiten Teil tauchte die Figur wieder auf und klang wieder anders und das finde ich super schade. Habe ich tatsächlich nie drüber nachgedacht, aber ja, stimmt, weil also ich glaube jetzt in der Worlds-Reihe, doch stimmt, Casey zum Beispiel kommt ja auch in Band 1 vor und ist ja Protagonistin von Band 2, stimmt. Ja, habe ich nie drüber nachgedacht, aber absolut logisch, dass man dann irgendwie eigentlich so ein bisschen stringent bleibt oder halt irgendwie, ich weiß nicht, ob das dann ein Job für uns AutorInnen wäre, dass wir dazuschreiben, hey, die ist so oder so angelegt, eher quirlig oder eher so, kann man ja eigentlich mitgeben, ja. Ich finde das total schön, denn also mittlerweile sind ja vor allem AutorInnen ganz viele auch auf Social Media unterwegs und wenn ich da irgendwen finde, den ich fragen kann, so hey, wie hast du dir das vorgestellt, also sowohl ganz klassisch Aussprache, aber eben auch, muss ich bei dieser oder jener Figur irgendwas beachten. Ich meine, allein, dass du mir gesagt hast, dass die Agentin den spanischen Hintergrund hat, hat für mich super viel mit dem Bild gemacht, was ich im Kopf von dieser Frau hatte und ich meine, spannend ist natürlich auch, ich weiß nicht, ob das zu weit geht, aber wenn du schon im Vornherein weißt, hey, den zweiten Teil aus der Sicht von Casey wird Sprecherin XY sprechen, ist das natürlich für mich, die Casey als beste Freundin da hat, super spannend zu wissen, wer ist diese Sprecherin und wie, was für eine Stimmenfarbe hat sie. Hätte ich dir sagen können, verdammt, habe ich nicht gemacht. Aber ich glaube, ich darf noch nicht sagen, weil sie war so, darf ich das ankündigen? Ich so, ja, okay, mach und sie hat es. Okay, okay. Kann ich dir nachher heimlich, ich schreibe es dir, bis er kommt. Oh, ich freue mich. Nee, die stehen tatsächlich alle fest, also für Band 2 jetzt zumindest, ich durfte damals meine WunschkandidatInnen reinhauen und bisher muss ich auch wirklich, also Props an Lübe und Lüx haben sie es immer umsetzen können. Ich meine, kann ja immer mal passieren, dass auch Sprecher oder Sprecherin keine Zeit hat, aber sie haben bisher immer gefragt, was ich total schön fand und ja, mag das auch, dass das, damals war es Viola von Lübe, ich weiß gar nicht, ob sie das noch macht, dann einen immer so involviert und dass man da so aussuchen darf, weil du hast ja eben schon gemeint, dass das für dich eher selten ist, dass du so irgendwie darauf angesprochen wirst. Wie passiert das denn im Normalfall? Bewirbst du dich dann auf eine Rolle oder kommt einfach ein Verlag auf dich zu, weil der Verlag dich ausgewählt hat? Ja, eher letzteres. Also im Prinzip habe, also dem Verlag beziehungsweise mehreren Verlagen liegen meine Hörproben vor und die kriegen dann dieses Buch, das Manuskript reingespült und können dann sagen, ah, wir können uns diese oder jene Stimme dafür vorstellen und wenn das eine Stimme ist, die nach meiner klingt, dann werde ich gefragt, ob ich zum einen natürlich Zeit, aber auch Interesse an dem Projekt habe und dann kann es sein, dass nochmal ein Casting stattfindet, dass ich eine kleine Hörprobe aufnehmen muss, also so zwischen eins und sechs Seiten, damit der Verlag, aber unter anderem eben auch die Autorin so einen Eindruck dafür bekommen kann, wie klingt das dann, wenn ich das machen würde und dann entscheidet sie sich im besten Fall für mich und ja, aber das ist so der gängige Weg, aber wirklich, ich habe diese Mail bekommen von Sarah war das, glaube ich, mittlerweile, Viola ist in Babypause. Ah, okay, deshalb war sie nicht, ich habe plötzlich nur Sarah geschrieben, ich war so, was ist mit Viola passiert? Nee, nee, genau, ich glaube Babypause. Ein schöner Grund, ja. Ja, genau, Sarah hat sich bei mir gemeldet und ich war zu dem Zeitpunkt auf der Buchmesse in Frankfurt und diese Mail kam und da stand dann, ja, hier, das neue Buch von Annabelle Steele und sie hat sich deine Stimme gewünscht für den ersten Teil und ich war so, was? Voll schön. Ja, direkt irgendwie meinem Freund diese Mail und hat mich total gefreut. und dann bin ich auch direkt zum Lübe-Lück-Stand gerannt und habe nach deinen Büchern gesucht und war so voll, voll eben, huah, heil. Ja, aber das ist mir so wirklich zum, also so bewusst zum ersten Mal passiert. Klar gibt es irgendwie, glaube ich, immer das Ding von AutorInnen gucken, vor allem bei kleineren Verlagen können die ja auf der Webseite manchmal schon mal Hörproben und so weiter anhören und in diese Kartei reinhören und eine Vorauswahl treffen, aber ganz häufig macht das der Verlag selbst und fragt gar nicht. Ja. Also zum einen, wie ist das Prozedere jetzt auf deiner Seite gewesen und wie bist du dann letztlich auf die Stimmen oder beziehungsweise auf meine Stimme gekommen für Viola? Ja, bei Band 1, also Band 1 Away damals, also schon 2019 oder so war das, hat mich Viola damals hat eben angeschrieben von Lübe und hat gemeint, ja, wir machen Audiobooks, ist ja bei Lübe normal. Magst du dir SprecherInnen aussuchen? Und ich so, oh ja. Und bin dann einfach, sie hat mir so Sachen aus ihrer Kartei geschickt, dann habe ich da so rumgestöbert und ein bisschen online. Und bei Band 2 habe ich Viola, also bei Reihe 2 so rum, für die Worlds-Reihe, habe ich Viola so direkt geschrieben, darf ich nochmal aussuchen? Und sie so, ja, ich hätte mich noch gemeldet. Ich so, oh. Weil ich halt selbst, ich höre super gerne Hörbücher. Ich bin halt bei BookBeat und höre so alles. Ich höre morgens im Bad, ich höre abends vom Einschlafen, das begleitet mich so im Alltag. Ja, dass mir halt Stimmen auch irgendwie so, also es macht so viel aus bei einem Buch. Und deshalb, ich habe auch Autorenfreundinnen, denen ist komplett egal, wer das spricht, die wollen mit der Auswahl auch gar nichts so zu tun haben. Oder sie wissen es tatsächlich gar nicht, das kommt ja auch. Oder so, ja, genau. Ja, ja, das finde ich auch krass, wenn denen gar nicht bewusst ist, dass sie da irgendwas mitentscheiden könnten. Ja. Ich habe zum Beispiel mit Sophie Bichon auch darüber gesprochen, die meinte so, was, das geht? Das ist ja krass. Aber bei manchen Verlagen geht es nämlich auch nicht. Ohne jetzt Namecalling zu machen. Ich weiß, dass manche Verlage da das nicht so mit in Betracht ziehen. Ich weiß nicht warum, aber bei Löber halt geht es zum Glück und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Und ich weiß gar nicht, ich müsste nachher mal in meinen Mails gucken, ob sie mir schon Vorschläge gemacht hat, weil eigentlich, ich durfte mir aussuchen, habe dann, also bei dir und Flemming hat es direkt gepasst, weil er meinte, sie müssen ja auch mal so ein bisschen gucken, wo dann die Studios sind. Und weil ich habe mir dann, weil man zwei hatte ich mir zwei ausgesucht und da ging der männliche Sprecher, glaube ich, nicht, weil die, einer wäre in Berlin gewesen, der andere in Frankfurt oder so. Und da war das irgendwie zu kompliziert. Und da ich sowieso noch AuswahlsprecherInnen hatte, haben sie dann so ein bisschen geguckt, dass es von den Orten her quasi immer passt. Das, wie du eben meintest, beide im gleichen Studio aufnehmen können. Aber ansonsten hatte ich so überall gleich Sprecher im Kopf tatsächlich. Und auch so für Casey wusste ich auch direkt, wen ich haben wollte, weil ich da auch so eine Stimme schon im Kopf hatte. Und ich habe dann nicht mal eine Person im Kopf, sondern mehr so, wie soll sie sprechen? Weil während ich die schreibe, habe ich ja auch eine Stimme im Kopf. Ja, toll. Dann habe ich deine halt gehört und war sie ja okay, eins, eins, Fiona. So wie damals bei Hannah war ich so, das ist Miriam. Und dann habe ich sie gesehen und dachte so, hä, sie sieht sogar noch aus, die Miriam. Das ist manchmal irgendwie total verrückt. Und bei dir wusste ich es halt sofort. Bei Flemming, glaube ich, da habe ich einfach so ein paar Männerstimmen geguckt und auch so geguckt, was in meinen Ohren ganz gut irgendwie dazu passt. Und das war so der Prozess. Und da habe ich das dann eben an Sarah geschickt und ja, dann war das gerade erledigt. Ich glaube, sie hat nicht mal mehr geantwortet. Und irgendwann kam sie, ja, alles erledigt. Ich so, okay. Und das war irgendwie der ganze Prozess. Ja, ich bin super dankbar, dass ich das mit auswählen kann, weil ich das halt, ich liebe sowas. Ich bin sehr auditiv, also was Musik angeht, halb ich ja deshalb. Fand ich das voll schön. Und noch eine Frage, die mich interessiert, weil du hast vorhin so erzählt mit dem Schreiben und das wolltest du eigentlich immer machen. Und ich finde es witzig, weil ich wurde auch in Heldesheim genommen, bin auch nicht hingegangen. Auch wegen Intuition und Bauchgefühl. In das Heldesheim. Nee, bei mir war es genauso, dass ich dann irgendwie, ich war noch nie in Leipzig vorher, aber mein Herz hat so gesagt so, nee, geh mal nach Leipzig, wird schon passen. Und das war im Endeffekt die richtige Entscheidung. Aber schreibst du noch? Oder machst du das noch so als Hobby nebenher? Manchmal. Also sehr, sehr selten. Man muss aber auch dazu sagen, ich war nie, ich hatte mein Aufnahmeprüfungsgespräch bei Hans-Josef Orteil damals. Und wer den nicht kennt, das ist so eine Literatur-Koryphäe, vor allem hier im süddeutschen Raum. Krasser Typ auf jeden Fall. Ich glaube, das weiß der auch. Und der saß mir gegenüber. Er hatte meine Schreibkuchen vor sich liegen und er meinte so, ja, sie werden wahrscheinlich nie einen Roman schreiben. Ich war so, ja, das, also ich, wenn ich geschrieben habe, dann war das so, kann man sagen, so verdichtete Prosa. Und ich habe mich immer, immer schwer getan, so wirklich lange, lange, lange Texte zu schreiben. Mir das dann damals so auf den Kopf zuzusagen, dachte ich auch so, ja, weiß nicht, also weiß nicht, was in diesen vier Jahren noch passieren kann, aber danke, dass du mich schon mal in der Ecke gesteckt hast. Ja, total. Ja, aber es war tatsächlich auch nie so, dass ich, dass es mir so super leicht gefallen ist. Also ich bin so eine sehr verkopfte Schreiberin und das war immer so ein bisschen krampfig. Und es hat mir zwar auf der einen Seite Spaß gemacht, wenn dann so ein Text fertig war, aber der Weg dahin war immer Arbeit. Und ich dachte dann damals, ja, so, ja, ja, hier dieses typische, so eine Künstlerin muss auch leiden und das muss, also darf auch irgendwie, ist auch schon in Ordnung, wenn das nicht einfach ist und so. Aber, also spätestens seit jetzt meinem Studium, seit dieser Zeit in Stuttgart an diesem Institut weiß ich, dass das totaler Bullshit ist. Also, dir darf es gut gehen. Es darf Spaß machen und es darf dir auch ein Stück weit leicht fallen und, ja, so eine Leichtigkeit in dein Leben bringen und du, ja, dieses typische Ding von Künstlerin muss leiden ist, ja. Finde ich voll schön, dass du das sagst, weil ich mich früher, ich glaube so 18 bis 21 oder so in den Dingen wirklich gefragt habe, so, boah, kann ich überhaupt schreiben, weil mir geht es ziemlich gut, so. Also, es war wirklich so, ich hatte eine super leichte, privilegierte Kindheit und war die ganze Zeit so, habe ich dann, habe ich dann was zu sagen, so nach dem Motto, was ja natürlich, jeder hat, jeder hat eine Geschichte zu erzählen und sein Päckchen zu tragen, aber dieses leidende Künstler hatte ich auch sehr im Kopf tatsächlich, dass das so sein muss, um gute Kunst zu schaffen, was ja gar nicht stimmt. Ich hatte leider auch ein bisschen den Eindruck, dass das in Hildesheim so ein bisschen, oh Gott, ich hoffe, kein Hildesheim-Bashing, also mein Freund beispielsweise hat da auch studiert und der hatte eine sehr gute Zeit dort und hat da sehr tolle Leute kennengelernt und ich weiß auch, es gibt ja sehr viele Leute, die tolle, tolle Bücher schreiben. Ich hatte nur schon auch vor allem bei jüngeren Leuten den Eindruck, dass da, ja, dass das da auch so ein bisschen dahin gedrängt wird. Also am besten, du raust Kette, am besten, du fängst noch eine Affäre mit dem Professor an oder solche Sachen, wo ich dann manchmal so dachte, nee, ich weiß nicht. Ja, ja, lustig. Ja, also so tief drin war ich nie in Hildesheim und weil es bei mir dann eh direkt Leipzig wurde. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Bild, was sehr promotet wird teilweise. Ich glaube, ich glaube, nicht mehr ganz so doll tatsächlich, ich glaube, auch durch Social Media, weil da jetzt einfach ein bisschen alles so öffentlicher zugänglich ist, wie AutorInnen so leben und was sie so treiben. Aber ich glaube tatsächlich, dass das Bild sehr lange existiert hat und vielleicht auch immer noch existiert. Das stimmt. Ich schmeiße mal ein paar Fragen aus dem Chat zwischendurch ein. Sasa möchte einmal wissen, welche Person dir am meisten Freude bereitet hat, die du in der Vergangenheit schon sprechen durftest. Oh, in einem Hörbuch? Du kannst doch nicht so allgemein antworten. Also tatsächlich, jetzt erst gestern durfte ich das ja posten, dass ich in diesem Game mitgesprochen habe, Tiny Tina's Wonderlands und da so eine lispelnde Koboldin gesprochen habe. Und das ist halt einfach geil. Also das ist wirklich, du sitzt da, nein, du stehst im Studio und du hast zwei, drei Leute auf den Ohren, den Regisseur, dann irgendwie den Tonmenschen und dann vielleicht noch, keine Ahnung, irgendjemand anderen aus dem Team, der so ein bisschen gestalterisch mitwirkt. Und du gackerst die ganze Zeit, weil es halt einfach so absurd ist. Und diese Figur hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, im Studio zu sprechen, weil sie aber auch so ganz, ganz weit weg von mir selbst ist und ich da gar nicht so sehr in die Verlegenheit komme irgendwie. Also und auch ganz weit weg von meiner Stimme und meiner normalen Art zu sprechen, muss man dazu sagen. Und ich glaube, solche Sachen machen mir am meisten Spaß, weil ich dann am wenigsten verkopft bin oder auch am wenigsten eine Vorstellung davon habe, wie es klingen soll oder wie es mir auch selber gefällt. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, aber... Doch, total. Glaube ich schon. Ja, also wer es noch nicht gesehen hat, ihr könnt, ich weiß nicht, ob es jetzt noch online ist, du hast gestern eine Story gepostet, aber bei Schantel auf Instagram. Ich habe auch einen Beitrag gemacht, genau. Ah, okay. Das kann man auch hören. Ach, so ist halt ein Schantel, da kommt ihr zu ihrem Instagram-Kanal, da könnt ihr nachschauen. Ich liebe ja Videospiele, deswegen hat es mich total gefreut, das dann zu sehen gestern. Ja. Fand ich der sehr cool, müssen wir das Spiel vielleicht auch mal irgendwann im Stream anschauen, aber das war echt richtig, richtig cool. Dann wurde noch geschrieben von Nini, wo ich nur zustimmen kann, Schantel passt wirklich super für Fiona, yes. Und die Frage, ob es lustige Versprecher bei Worlds Collide gab, an die du dich erinnern kannst, wurde noch im Chat gestellt. Oh, also ich überlege, mir fällt gerade kein lustiger Versprecher ein, mir fällt ein, dass ich bei der Rede von Fiona, die sie da hier, und das haben wir zusammen gemacht und das ist für uns alle, dass ich da im Studio saß und war so, Lilly, Lilly hieß meine Tonmeisterin, ich meine so, Lilly, halt mal, stopp, stopp mal kurz. Und irgendwie so, ja, und war so, okay, jetzt, okay, jetzt nicht heulen, nicht heulen jetzt, aber das, ähm, ja. Seid vor, dass du bei 2 nicht lesen musst, ich habe meine Lektorin auf Seite 2 zum Heulen gebracht und bin so, hm, ich weiß ja, was sprechen muss, ich muss ihr danach mal schreiben. Aber witzig, dass du das sagst, bei mir hat einer, die hat eine Story gepostet und ihren Arm fotografiert bei dieser Rede und da hat sie Gänsehaut. Und dann hat sie nur so geschrieben, oh ja, ich habe gerade Gänsehaut bekommen bei der Rede, ich muss mit dir nochmal anhören, wie du sie gesprochen hast. Ich habe nämlich nur, ich habe so reingeskippt immer und so reingehört, aber nicht so richtig, ja, da muss ich das auch machen. Cool. Hat auch richtig Spaß gemacht, sie zu schreiben, irgendwie. Ja, glaube ich. Ja, war eine der ersten Szenen, die ich, bevor ich das Buch wirklich geschrieben habe, geschrieben habe, um Fiona kennenzulernen, tatsächlich, die Rede. Ja, cool, freut mich. Also ich glaube, ich als Sprecherin merke auch oder meine zu merken, wenn so beim Schreiben so ein Flow entstanden ist und das überträgt sich instant auf die Art und Weise, wie man spricht, wie leicht es einem auch so über die Lippen geht und das ist halt einfach, ja, so ein ganz, du musst gar nicht irgendwie jetzt drüber nachdenken, mache ich jetzt hier eine Pause oder nicht, weil es halt einfach so, das ist mir aufgefallen bei dieser Rede, es ist einfach so rausgeflossen, dass, also ich glaube, wenn ich nicht gesagt hätte, wir müssen mal kurz Pause machen, weil ansonsten klingt meine Stimme, vor allem weil sie ja auch noch sagt so, ich wollte das mit klarer Stimme sprechen und ich kann das gerade nicht. Aber hätte ja auch gepasst, wäre sie halt kurz emotional geworden. Aber wie cool. Ja, das freut mich gerade irgendwie, dass das so rüberkam. Ich glaube, das merke ich auch immer, wenn ich dann am Ende so die Druckfahne bekomme und ich lese dann alles nochmal durch, erinnere ich mich wieder an die Stellen, an denen ich im Flow war, weil da sind dann auch so Sätze drin, wo ich so denke, so, habe ich das geschrieben und ich weiß es einfach gar nicht mehr. Ja, spannend. Aber ja, stimmt. Und bei so anderen Sachen, wo du dann dir so wirklich, wie du halt meinst, dieses verkrampfte, verkopfte Schreiben, wo du dir so einen abbrichst, das sind auch immer die, wo ich am Ende nochmal mehr überarbeiten muss, weil ich so merke, es ist irgendwie nicht so im Flow. Ja. Ja, witzig. An Chantal, witzig, das war eine der nächsten Fragen, die ich auch stellen wollte. Wie oft liest du einen Text, ein Buch, bevor du ins Studio gehst? Ja, wir hatten es ja gerade von Versprechern. Wie bereitest du dich darauf vor? Wir schauen uns ja nachher auch noch ein Skript von dir an, das du vorbereitet hast. Genau. Aber liest du das einmal quasi vorher durch? Liest du es mehrmals durch? Wie passiert das? Also meistens bleibt leider nicht die Zeit, um es mehr als einmal zu lesen. Es ist auch die Frage, also ich kenne KollegInnen, die machen das tatsächlich einmal so und dann nochmal, um sich Markierungen zu machen. Ich mache das tatsächlich in einem Rutsch. Also ich lese, ich markiere und also manchmal jetzt habe ich es so gemacht, dass ich einmal lese und erst mal nur wörtliche Rede mir anstreiche und einen Überblick bekomme, wie viele Figuren begegnen mir eigentlich. Und die andere Art, das zu bearbeiten, ist ja dann wirklich Markierungen zu setzen, wo, welche Stimmung ist das, wo setze ich Pausen, wo trenne ich endlos Sätze beispielsweise auf, wo kann ich atmen und so weiter, wo liegt die Betonung und so weiter. Also auf jeden Fall mindestens, mindestens einmal und meistens passt es dann leider zeitlich einfach nicht, es nochmal zu lesen. Ja, aber es ist ja auch super viel Arbeit. Also mich nervt es schon, wenn ich die Druckfahne mehr als einmal lesen muss. Ich verstehe das gut. Vor allem, du musst ja wirklich häufig, wirklich häufig diesen Text durch. Das ist so, das ist so krass, ey, wenn ich mir überlege, was da an Zeit und Energie da von AutorInnen in diesen Text reingesteckt wird, bevor der dann wirklich... LektorIn. Heftig. Meine LektorIn, das wusste ich auch gar nicht, sie hat mir dann auch nochmal geschrieben, ja, ich lese ihn jetzt nochmal, dann in der Druckfahne nochmal. Und ich so, hast du überhaupt noch Bock? Selbst ich habe keine Lust mehr. Ja. Also ja, tatsächlich. Das ist tatsächlich auch eine Komponente, wenn du dir den Text zu gut kennst, dann denkst du nicht mehr mit. Ja. Also ich merke das manchmal schon, jetzt weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber manchmal, wenn ich irgendwie gelesen habe und dann, keine Ahnung, eckige Augen bekomme und so weiter, dann höre ich auch manchmal in dem Kapitel auf und ich weiß nicht warum, aber manchmal denke ich so, ja, das Kapitel habe ich ja schon gemacht und springe zum nächsten Kapitel und dann begegnen mir immer mal wieder im Studio wirklich so kleine Absätze, die ich nicht bearbeitet habe und ich bin so, oh Gott, oh Gott, oh Gott und ich stelle dann aber fest, es funktioniert fast besser, weil ich viel konzentrierter bin, zumindest für diesen relativ überschaubaren Zeitpunkt. Ich würde mir jetzt, es gibt KollegInnen, die lesen wirklich Bücher prima vista, die kriegen das Skript, die reißen das in dem Moment auf, also den Briefumschlag, holen die Blätter raus und lesen und ich bin so, seid ihr eigentlich wahnsinnig, das würde ich niemals machen. Ist glaube ich auch von meiner Seite aus noch so eine Respektsache, dass ich denke so, irgendwie will ich das vor. Kommt mir dann an, wie es funktioniert, glaube ich. Ja, ja, weil ich finde schon, man hört das doch, also es kann was haben, dass man sagt so, ah, ich bin voll, ich denke diesen Text, aber manchmal passiert es dann auch, dass man das dann einfach so runterliest und dann, ja, und das will ich nicht. Aber wenn ich weniger bearbeitet habe und den Text noch nicht so fast auswendig kenne, dann funktioniert das bei mir meistens am besten. Nee, verstehe ich gut. Ist bei mir tatsächlich aber auch so. So, ich habe ja dann für die Lesung geübt und so. Beim ersten Lesen, es hat super gut funktioniert, weil ich kannte den Text ja schon, aber wieder so gelesen. Dann nochmal und plötzlich habe ich mich angefangen zu verhaspeln. Deswegen habe ich ihn dann am Tag der Lesung gar nicht mehr angeguckt. Ja, ja. Und dann hat es richtig gut geklappt. Ich stelle mir es aber auch schwer vor, wenn du es, wie du halt gerade meintest, Briefumschlage aufreißen, lesen, dann weißt du ja, wie du gerade eben meintest, die ganzen Figuren noch nicht. Dann ist ja auch schwer, dir so richtig zu vertonen. Ist wahrscheinlich mehr Arbeit dann im Studio, oder? Weil dann häufiger pausiert werden muss. Weil es steht ja auch nicht immer, der Vorwerkrat spricht. Ja. Stelle ich mir auch schwer vor. Also ich glaube schon, dass es KollegInnen gibt, die einfach schon so, so viele Jahre in dem Bereich arbeiten und Erfahrung haben. Und die greifen dann einfach auf so ein Portfolio an Stimmen zurück. Aber es ist dann auch so ein bisschen, es ist immer noch wahnsinnig gut, auf jeden Fall, aber eben nicht, weil man sich wahnsinnig gut mit diesem Text auseinandergesetzt hat, sondern weil man mittlerweile routiniert ist in dem, was man tut. Und beispielsweise ich, also wenn wirklich ein Skript so, so spät kommt, dass ich eigentlich nur noch, ja, das passiert manchmal tatsächlich. Dass ich eigentlich gar nicht mehr die Zeit habe, wirklich konzentriert durchzugehen, dann ist das Mindeste, was ich mache, die wörtliche Rede anzustreichen. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als dann mit einem Menschen im Studio zu sitzen, mit einem Tonmenschen, der ja auch Zeit dort mit dir verbringt. Und dann so, ah, Moment mal, wer spricht da jetzt? Und ach so, und wie mache ich jetzt nochmal die Stimme und so? Und das ist ja für mich einfach eine Respektsache. Auch dem Menschen gegenüber, der mit mir da diese Zeit teilt. Ja, stelle ich mir ein bisschen vor, wie beim Buch überarbeiten. Ich musste einmal bei Runaway leider aus Zeitgründen das unüberarbeitet an meinen Lektoren schicken. Ich habe mich so schlecht gefühlt, weil ich dachte, jetzt muss sie noch mehr Zeit da reinstecken. Ich glaube, es ist so ein bisschen ähnlich, wenn du wenigstens deinen eigenen Text nochmal ein bisschen überfliegen kannst und gucken kannst, was du jetzt schon anpassen kannst, damit dann weniger Arbeit ist. Ja, stimmt, weil es hängt ja noch eine zweite Person mit drin, deren Zeit man dann, ich will nicht sagen verschwendet, weil klar, die arbeite ich ja da, aber es ist ja trotzdem ein enormerer Zeitaufwand. Und apropos Zeit, auch wenn eine Frage, die ganz oft auch über Instagram kam, die ich mir auch gestellt habe, das Hörbuch ist, ich müsste jetzt nachgucken, ich glaube, so 15 Stunden geworden oder so. Stimmt, ja. Das ist sehr, sehr lang. Meine Mama auch nur so beim Hören so, was hast du da gemacht? Ich so, ich weiß auch nicht. Wie lange hat es gedauert, das einzusprechen? Weil das dauert ja nochmal länger. Ja, ich muss kurz fragen, Rückfrage. Ja, mit einer Warflashback. Ursprünglich war das Skript kürzer, oder? Na, es war nicht ursprünglich kürzer. Also ich habe so, im Vertrag bei Lübbel stand, bis 450 Seiten. Wir hatten ursprünglich mal 400, ich kannte mich, habe dann gesagt, bitte 450 diesmal. Und dann, das sind so, also 400 Seiten sind so 100.000 Wörter, die peile ich immer an. Ich weiß, es werden so 110.000. Dann war ich da und es hat einfach nicht aufgehört. Und ich war noch nicht am Ende vom Buch. Und dann musste ich in einer Woche so 40.000 Wörter schreiben, weil ich einfach, die Geschichte war halt noch nicht fertig erzählt. Und es hörte einfach nicht auf. Und meine Lektorin war so die Entspannteste von allen, was auch wirklich Props an sie war. Weil normalerweise muss man dann ja kürzen, kürzen, kürzen. Und wir haben aber beide auch nichts so richtig zum Kürzen gefunden. Außer so eine WG-Szene bei Demian, die ich aber nicht kürzen wollte. Das ist jetzt ein wenig Spoiler, als die da kochen und so. Ich fand das einfach cool, weil man die anderen Tiago und Osten ein bisschen besser kennenlernt. Und sonst haben wir nichts gefunden zum Kürzen. Und dann ist das so lang geblieben. Und ich war schon so beim Schreiben so, die AbendsprecherInnen, das Abendskorrektorat. Wirklich hatte Mitleid mit allen. Die AbendsprecherInnen. Naja. Ich wollte einfach mal nachgucken, wie lang es ist. Moment. Ja. Das ist 15, das ist sogar 16 Stunden. 15 Stunden und 54 Minuten lang. Ach krass. Siehste, ich hatte nämlich auch nur 15 Stunden irgendwie im Kopf. Oh, wie leid. Ja, das erklärt so ein bisschen eventuell, dass als ich angefragt wurde, hieß es, ja, ja, also drei Aufnahmetage müssten reichen für deinen Part. Und ich war so, ja, okay, drei Aufnahmetage. Und es war tatsächlich so ein bisschen, ja, dann gar nicht so sehr wegen des Textes, sondern einfach auch wegen der Studioplanung und so weiter. Und dann ein bisschen so, ah, okay, jetzt ist es doch, also mehr als drei Tage und so. Und genau, letztlich saß ich, glaube ich, rundherum, boah, dreimal zwölf und dann nochmal etwas mehr als 20, 21 Stunden. Ja. Nur im Studio oder mit Vorbereitung? Ach so, nur im Studio. Uff, das ist echt lang. Also jetzt nur reine, reine Zeit, die ich im, im Studio war. Ja. Genau, ja. Wobei, also, ich bin gerade ein bisschen überrascht, weil, ähm, tatsächlich, eigentlich rechne ich, na, ach so, ja, okay, Fleming ist da noch. Stimmt, ich habe ja nicht die 16 Stunden alleine gemacht. Richtig, ja, okay. Ja, aber, ja, klar, er spricht ja auch noch, aber trotzdem. Ich glaube, es lag daran, dass ich ganz ursprünglich, als ich das Exposé bei Lux eingereicht habe, wollte ich die Bücher immer nur aus einer Sicht schreiben. Und dann war so, ja, ich erzähle es aus Fionas Sicht. Und dann waren aber sowohl meine Agentur als auch Lux der Ansicht, dass es cooler ist, wenn ich es wie bei Away mit beiden Sichten mache, weil ich auch genug Story hatte für die, für die Männer. Und, ähm, dann war das, bei Band 2 und 3 geht es auch so mit den Wörtern, aber bei Band 1, weil ich da ja schon den Plot hatte, habe ich halt noch ganz für die mir so mit reinmachen müssen, dann wurde es immer länger. Ich glaube, dass es daran lag tatsächlich. Ähm, ja. Entschuldigung nochmal, aber danke, dass ihr euch dem trotzdem eingenommen habt. Also das Schöne war ja, dass, ähm, dass es trotzdem floss irgendwie. Also es war jetzt, ähm, ich glaube, wenn überhaupt, dann war es sowas, ah, ich habe mich, ich habe mich auf einen anderen, ähm, Zeitrahmen eingestellt und wir mussten dann irgendwie in der Woche nochmal so ein bisschen umdisponieren, aber es hat alles funktioniert. Aber die Aufnahme selbst war, da gibt es leider auch andere Bücher, äh, überhaupt nicht krampfig oder sowas. Also nicht so, dass ich dann da saß und dachte, oh Gott, ich schleppe mich hier jetzt gerade so von Absatz zu Absatz, ähm, und jeder Absatz ist ein Satz gefühlt, sondern, äh, wirklich, ich kann hier auch wirklich gut, ich komme durch. Und, ähm, ja, das macht einen großen Unterschied. Ich glaube ich voll, ich versuche immer in der Druckpane, also es geht nicht immer, weil ich manchmal im Zug lesen muss und so, aber ich versuche es immer laut vorzulesen, wenn ich dann schon keine Lust mehr habe, die Sätze nochmal irgendwie zu halbieren, weil es, ich glaube, ja, zum einen für SprecherInnen, aber ich glaube auch, wenn du es als Leser oder Leserin liest, ist es einfach leichter vom Kopf her, wenn es so ein bisschen fließender ist. Und, ähm, dann so Sachen, ja, also ich glaube, laut lesen hilft auch manchmal, um Wortwiederholungen zu entdecken oder einfach Dinge, die den Lesefluss so ein bisschen stoppen, irgendwelche Satzkonstruktionen oder so, das hilft echt. Ja, total, ja, ja. Immer, total. Du hast ja gerade, ähm, gemeint, also du hast ja damals angefangen, das zu studieren, ich weiß gar nicht, ob es ein Studium oder eine Ausbildung war, ich glaube es... Nee, es ist ein Studium, genau. Also es ist ein darstellender Studiengang, genau, ähm, neben, also in Stuttgart kann man, glaube ich, noch Figuren, Theater und Schauspielklasse studieren, genau, und, ähm, dann eben noch dieses Sprechen. Ja. Genau. Und du bist wahrscheinlich ja über die Jahre immer routinierter geworden, wenn du so von ganz am Anfang so erster Job bis heute guckst, was hat sich so verändert oder hat sich alles geändert? Oh, es hat sich voll, also, ähm, also, wenn ich so zurückdenke, die ersten Sachen, da war ich ja noch im Studium, das waren irgendwie, was war das denn? Und, ähm, ich glaube, so kleinere Synchronsachen oder sowas in der Art, ich war immer so riesig, riesig aufgeregt im Studio und, und dachte auch, oh Gott, bitte verkack's nicht. Weil, ich meine, das spielt tatsächlich schon auch bei allem, was man macht, ähm, eine Rolle, dass man tendenzial, also, in meinem Job, ich arbeite tendenziell, äh, ja, regelmäßig mit, mit neuen Leuten zusammen. Also, ähm, also, ich kenne eventuell die Leute irgendwann, die, die im Studio arbeiten, aber der Kunde, die Kundin ist dann häufig irgendjemand anderes. Und, ähm, man will natürlich irgendwie einen guten Eindruck machen und man möchte irgendwie die Person sein, die das Ding jetzt hier irgendwie reinhaut und keine Ahnung so. Ähm, das funktioniert mal mehr, mal weniger gut. Ähm, jedenfalls die, die ersten Male war da, glaube ich, sehr, sehr viel innerer Druck und auch ganz, ganz viel Unsicherheit, ähm, kann ich das überhaupt? Ich habe das noch nicht so häufig gemacht, das ist ganz, ganz viele erste Male und, ähm, ja, ich, ich probiere mich mal hier aus, aber ist das denn in Ordnung, wenn ich mich ausprobiere? Oder erwartet man eigentlich von mir schon so? Wie beim Schreiben. Ja, so super professionell zu sein, ja, und, ähm, ich habe leider, also, es gibt Studios, mit denen ich am Anfang zusammenarbeiten durfte, die haben das total verstanden, die wussten auch, ah, okay, du hast das noch nicht so häufig gemacht. Wir probieren das jetzt zusammen aus und wir nehmen uns auch die Zeit und dann gab es andere Studios, die das nicht gemacht haben und auch kein Verständnis dafür hatten und dann, klar, ist das halt irgendwie so eine emotionale, ähm, Berg- und Talfahrt, vor allem eben am Anfang, wenn du noch nicht so gesettelt bist und, ja, also ich weiß, dass, ähm, glücklicherweise dann doch die anderen Studios und die anderen Menschen über, überwiegt haben und ich mich da ausprobieren durfte und immer sicherer wurde und gleichzeitig, ich meine, es ist ja so vielschichtig, also nur weil, nur weil ich irgendwann, ähm, weiß, ah, okay, äh, die wollen von mir einen Erklärfilm gesprochen haben und, ähm, so und so klingt das, heißt das nicht, dass ich das eins zu eins übertragen kann auf eine Rolle in einem Game oder Synchronen oder ein Hörbuch und, äh, du kannst dir im Prinzip jede, jedes dieser Genre nochmal ganz, ganz so eigen machen oder dich da reinarbeiten und, ähm, wirst da auf Hindernisse stoßen, auf Dinge, die noch nicht so gut funktionieren und so, ja. Ja, und, ähm, ich merke schon auch dadurch, dass diese, dass die Stimme mit der, oder die Arbeit mit der Stimme so nah an mir dran ist und ich ja immer als Person auch gefragt bin, egal ob ich jetzt in die Rolle von Fiona schlüpfe oder, oder eine Koboldin bin oder sowas, es ist ja trotzdem immer meine Stimme und das ist so, so intim eigentlich, also Stimme ist ja so krass verbunden mit allem, was irgendwie im Körper vor sich geht und so, ähm, dass man da unmittelbar, also man kommt gar nicht drum herum, irgendwann so Sinnkrisen zu haben und, ähm, sich einfach zu fragen, okay, was mache ich hier eigentlich, kann ich das eigentlich, äh, bin ich gut genug, natürlich irgendwie rechts und links zu gucken, was machen meine Kolleginnen und so, dann hoffentlich nicht in die Falle zu tappen, zu sagen, die ist blöd, weil die darf jetzt was und das machen, sondern eher so, cool, die darf das machen. Also ein positiver Neid sozusagen. Genau, ja, positiver Neid, genau und, äh, vor allem ganz, ganz viel Female Empowerment, so, ganz viel, ich habe tolle, tolle Kolleginnen, die richtig tolle Arbeiten machen und ich bin einfach unfassbar froh und dankbar, dass ich von denen lernen darf und denen zugucken darf, was die, ja, tagtäglich da tolle Projekte machen, so, ähm, aber natürlich, wenn man selber gerade irgendwie auch einfach so am Suchen ist und solches Phasen gibt es einfach immer wieder, ähm, ich weiß, ich glaube, du hattest das gesehen von, gerade bei World's Collide, ähm. Ja, der Instagram-Post, auf den wollte ich gerade nämlich noch ansprechen, genau, du hattest ja vor, vor kurzem, ich weiß ja, ein paar Tage her, einen Feed-Post gemacht, bei dem du so ein bisschen auf World's Collide referiert hast, aber da hat, ähm, für alle, die es jetzt noch nicht gesehen haben, guckt euch an auf Instagram, hat Chantal ein Foto gepostet und dann darunter so ein bisschen Zitate, wahrscheinlich aus schlechten Rezensionen über deinen Sprecherjob sozusagen. Genau, genau. Und das fand ich auch krass, es ist wirklich so, die Parallelen zum Schreiben sind schon stark eigentlich, weil da, klar, du nutzt deine innere Stimme jetzt nicht das Sprechen an sich, aber es ist ja trotzdem, ähm, auch wenn es oft vielleicht gar keine persönliche Bewertung ist, es ist ja manchmal schwer, das zu differenzieren. Und dann fand ich es spannend, als du diese, diese negativen Rezensionen, sag ich jetzt mal, genommen hast, ähm, das so zu lesen, ja. Ja. Also vor allem, weil ich auch komplett anders wahrnehme, ist es auch wieder so subjektiv wahrscheinlich, nicht einfach, was man gerne hört, was man gerne liest. Ja. Ja. Also da kennst du, kennst du ja offensichtlich auch, dass, äh, ich weiß nicht, ob du, ob du Rezensionen liest oder Kommentare oder irgendwelche Besprechungen von deinen Büchern, aber... Noch keine zu World's Collide, ich bin so stolz. Aber normal schon, ja. Okay, aber hast du es dir jetzt hierfür für die Reihe auch vorgenommen, dass du sagst, ich will das gar nicht lesen? Ja, so ein bisschen. Also ich lese natürlich, wenn mich Leute verlinken, kriege ich es ja zwangsläufig mit. Ähm, dieses Mal wurde ich noch auf keine Ein-Sterne-Rezension verlinkt, bin sehr dankbar. Bei Away, bei Away damals beim Ersten, habe ich mir alle Ein-Sterne-Rezensionen gegeben, aber auch nur die, so ein oder zwei Sterne. Ich habe nicht die fünf Sterne gelesen, nur das Negative. Und, ähm, es wird dann so eine negative Gedankenspirale auch. Und das, ähm, an so Tagen kann man ja auch nicht richtig arbeiten dann. Das ist dann, dieses Mal, weil ich auch jetzt kurz vor der Lettland stehe, war ich so, okay, guck es dir nicht an, wenn, dann erst, wenn die Reihe abgehakt ist, vorher liest du nichts. So mental health-mäßig auch, achte auf dich. Und es geht mir echt besser. Weil man kriegt, die wichtigsten Sachen kriegt man trotzdem mit. Ähm, und wenn, was ich gut finde, das war aber schon, bevor Band 1 rauskam, ähm, das habe ich schon mal erzählt, auf der Klappentext, da steht jetzt finanziell schwach, da stand früher sozial schwach drauf, die Familie. Und da hat mir eine geschrieben, so, hey, ähm, könntest du das ändern? Hat mir so einen Artikel geschickt, weil eigentlich soll man das nicht mehr sagen, was auch total Sinn ergibt, das nicht zu sagen, weil finanziell, also finanziell schlechte Situationen hat ja nichts mit der sozialen Stärke zu tun. Und das war richtig cool. Und so Sachen kriegst du trotzdem mit, weil da schreiben Leute dir direkt, ähm, und deshalb habe ich bisher nicht das Gefühl, was zu verpassen, seit ich die Rezension nicht lese, ähm, weil ich eben die wichtigen Dinge trotzdem mitkriege. Und bisher geht es mir sehr gut damit. Mal gucken. Ja, ja. Ich bin, ich bin da auch immer in so einem Zwiespalt, weil auf der einen Seite, ähm, ich werde ja auch manchmal verlinkt und ich bekomme wunderschöne Nachrichten zugeschickt, auch teilweise direkt an mich und, äh, gar nicht über, hey, ich höre gerade das Hörbuch von der, und der Autorin, sondern wirklich so, da, da schreibt mir jemand direkt und sagt, ich habe gerade dieses Hörbuch gehört und danke. Und ich bin so, oh mein Gott, das ist super schön. Ja, es ist super schön. Ähm, und dann aber natürlich, äh, passiert es, passiert es, also ich bringe mich in die Situation, dass, ähm, da ist mir das passiert, dass ich diesen, diesen Kommentar oder sowas gelesen habe, weil man natürlich immer nach Feedback sucht. Und, äh, tatsächlich gerade im Hörbuchbereich, ähm, wird es immer, immer weniger, dass, ähm, dass du eine Regie zur Seite gestellt bekommst. Das heißt, du sitzt da mit dem, mit dem Tonmenschen und, ähm, ich habe höchsten Respekt vor dieser Arbeit und das ist auch ehrlich gesagt einfach nicht deren Arbeitsfeld, dann zusätzlich noch irgendwie Regie zu machen und, äh, da irgendwie mit dir zusammen den Text zu gestalten oder eine Figur zu gestalten, aber das bedeutet letztlich auch, du hast in dem Moment eigentlich die gesamte Verantwortung dafür, wie, wie du dieses Hörbuch anlegst und wie du die Figuren anlegst oder wie du, ob, also, dass du in dem Moment entscheiden musst, ist, ist die Stimmung jetzt gerade wirklich so rübergekommen, wie ich das wollte, ist, äh, es überträgt sich das Gefühl und natürlich kannst du die Person fragen, hey, hat ich das gecatcht oder nicht, aber, pff, weiß nicht, wie viel da ist, ja. Und, äh, und, dir, oder, sorry, die Rede ist fertig, Entschuldigung. Äh, sorry, ähm, ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass letztlich du diejenige bist, die diese Verantwortung trägt und dann wird dieses Hörbuch rausgeschickt und das erste direkte Feedback, das du dann tatsächlich bekommst, ist von, äh, von, ja, genau, und dann liest du oder lese ich zumindest, weil ich auch dieses direkte Feedback, äh, gerne haben möchte, diese Kommentare und, ähm, leider, leider, gängig, kennt man von Social Media, die Leute, die es gut finden, die schreiben, wenn überhaupt, ich fand das gut, fertig, aber die gehen meistens gar nicht so sehr explizit auf die SprecherInnenleistung ein und, ähm, die Leute, die es dann richtig, richtig kacke finden, die schreiben dann auch, dass sie es richtig, richtig kacke fanden und, und dann zerfetzt sich das, so, ja, ähm, und dann natürlich wiegt das tausendmal mehr, weil es ja auch viel differenzierter auf einmal ist, äh, als ein, ich fand das gut, so, ja. Ja, ja, oder wenn, ich merke das auch bei mir, wenn ich was gut finde, ich bewerte dann bei BookBeat Schnellsprecher, Sprecherin, fünf Sterne, fertig, ich schreibe da nicht mehr wirklich was dazu, äh, gut, ich schreibe bei BookBeat generell auch bei negativen nichts dazu, aber in der Regel tendiert man da eher dazu, weil es differenzierter ist und man kann es an einem Punkt festmachen und man reflektiert das mehr oder man, man weiß, was einen daran jetzt stört und beim Positiven hat man so dieses gesamte Wohlfühlpaket. Ja, genau. Das ist bei mir auch so und hinterfragt das dann vielleicht gar nicht so, was daran jetzt so super positiv war. Ja, ja. Ja, aber würde es dir helfen, weil du eben so meines Regie und so fehlt, wenn man als Autor oder Autorin so eine Art, ja, du meintest ja auch, du musst das Manuskript durchgehen und musst markieren, wie viele Personen das hat, würde es dir helfen, wenn ich dir eine Excel mitschicke als Autorin und irgendwie reinschreibe so, hey, diese, keine Ahnung, 20 Charaktere gibt's, wo sind die? Und dann schreibe ich gerade bei den Protagonisten ein bisschen was Ausführlicheres, hilft sowas? Weil theoretisch, ich habe sowas eh erstellt für meine Lektorin, könnte man das mal mitschicken. Also ich finde das erstmal, ich finde das immer spannend, ich finde alles spannend, was ich kriegen kann und wenn ich so ein bisschen in deinen Kopf reingucken kann, was du dir so gedacht hast, dann freut mich das immer. Ich glaube, es geht auch KollegInnen, die sagen, ey, aber ich will das irgendwie selber gestalten und fühle mich da irgendwie dann angegriffen oder beziehungsweise das Potenzial ist ja dann auch höher, dass beispielsweise du eine Vorstellung von Casey hast und ich versuche diese Vorstellung zu treffen, weil ich ja auch dann weiß, ah, das sind sozusagen die Attribute, die du ihr zuschreibst und dann schlitter ich so dran vorbei. Ich mache mich weniger angreifbar, auch vor dir, wenn ich erst gar nicht frage. Ja, stimmt. Dann habe ich alle Freiheiten, aber ich persönlich, ich finde das ehrlich gesagt immer spannend, so Input zu kriegen und dann eben auch, ich meine, es ist ja immer noch dein Buch, das ist ja das Krasse, das, wer bin ich denn zu sagen, ich weiß es besser als du? Weil wie du sagst. Ich sehe es andersrum, witzigerweise, weil ich mir immer denke, es ist mein Buch, aber du bist ja im Moment auch irgendwie eine Leserin, auch wenn du natürlich Sprecherin bist. Ich finde, du machst, es ist ja so ein Teamwork eigentlich, was du schreibst und es ist ja wie, wenn du eine Ortsbeschreibung hast und du machst die ja nie so detailliert eigentlich. Man schreibt ja, man beschreibt so ein bisschen den Ort und der Rest passiert ja im Kopf der Leser und ich glaube, genauso ist es ja auch bei Personen. Du legst eine Person an, aber wie sie ankommt zu diesem Sender-Empfängermäßige, ist ja nicht nur in deiner Hand. Und ich glaube, selbst wenn ich so eine Liste mitgeben würde, wenn die Person entscheidet so, boah, nee, ich lese die aber so und so, wäre das für mich persönlich mal fein. Ja, ich finde das eine superschöne Sichtweise und kann da auch mitgehen. Ich glaube, ich selber, ich möchte mich in dem Moment gar nicht so sehr über den Menschen, wenn man das so sagen kann, ich möchte im besten Gewissen, in deiner, wie kann man sagen, ich möchte dir etwas Gutes tun. Das ist ganz lieb. Ich muss dir beistehen, ich werde mir diese 16 Stunden niemals ganz anhören, glaube ich, vielleicht in 20 Jahren. Ich muss auch gestehen, ich höre selber sehr, sehr wenig Hörbücher. Ich war jetzt im Februar, war ich mit dem Camper unterwegs und habe da zum ersten Mal seit langer, langer, langer Zeit mal wieder ein Hörbuch, mehrere Hörbücher zu Ende gehört. Und das war so völlig neu wieder für mich, was verrückt ist, wenn man bedenkt, dass ich in dem Bereich arbeite. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es dir beim Lesen geht, man hat so einen analytischen Blick darauf und der ist manchmal dann sehr unentspannt. Man kann sich da nicht so zu 100 Prozent reinfallen lassen. Tatsächlich wird das echt irgendwann, also auch beim Lesen, finde ich, also beim Hörbücherhören manchmal zum Beispiel, fallen mir schon so Wortwiederholungen jetzt auf, weil ich jetzt weiß, ach, meine Lektorin, die hätte mir das jetzt aber angemarkelt. Und solche Sachen fallen einem dann einfach mehr auf. Also es ist ein, bin gespannt, wie es jetzt wird, wenn ich das Buch jetzt mal fertig habe und mal wieder so richtig mit Freizeit lesen kann. Aber es ist ein anderes Lesen geworden, das stimmt schon, weil man ja auch selbst weiß, wie man selbst das überarbeitet hätte. Ja, so ist es dann beim Hören ja wahrscheinlich auch. Dann denkt man sich so, das hätte ich jetzt aber anders betont. Ja, ganz, ganz schlimm. Ja, das ist also auch so, dass ich dann manchmal, man ist ja dann auch, man merkt so, ah, ich bin auch ein bisschen vorschnell manchmal mit meinen Bewertungen oder so. Warum hat sie denn die Betonung jetzt auf das Wort gelegt und so? Aber ich merke ja spätestens selber, wenn ich wieder im Studio sitze, wie schnell das, also, hey, es passiert so viel. Du hast da, ich weiß nicht, wie viele Seiten, also, come on. Also es geht jetzt wirklich nicht um, ja, aber da hat sie da komisch betont. Ja, das ist eine voll gute Überleitung und wir werden ja gleich auch noch, können wir jetzt auch machen, lesen. Und ich habe ja gerade gemeint, wenn ich häufig höre oder lese und mir fallen Wortwiederholungen auf, da bin ich dann immer so, ja, die hätte, die wäre mir nicht durchgerutscht. Und dann die Stelle, die wir jetzt gleich lesen, die habe ich auch auf der Lesung gelesen und ich habe in meinem Buch so richtig rumgekritzelt mit Kuli, weil ich innerhalb von drei Sätzen viermal das Wort beide habe. Und ich war so, wie konnte das durchrutschen, wie konnte mir das durchrutschen? Meine Erstlektorin, meine Zweitlektorin im Korrektorat. Und dann habe ich das so gelesen, war nur so, wo es der Rot stimmt und habe das erste Buch regiert. Und dann, wie du halt meintest. Das ist in der zweiten Auflage nicht mehr drin. Nee, den habe ich, ich sollte vielleicht mal Bescheid sagen, stimmt. Aber man übersieht zwangsläufig Dinge, weil das ist dann dieser Tunnelblick. Du kennst den Text, du weißt, was du sagen wolltest und es passiert dann einfach. Deswegen, ja, genau. Ich blende den Text mal ein. Sagt mir mal bitte alle Zuschauerinnen, ob der groß genug ist. Ich kann ihn sonst noch ein bisschen größer ziehen. Ich glaube, er ist ein bisschen klein. Jan Hala hat uns nämlich das Skript zur Verfügung gestellt, quasi, das sie schon bearbeitet hat. Und größer. Okay, mache ich doch glatt. Größer. Immer noch größer. Okay, Marieke. Geht das so? Ich weiß nicht gerade. Das ist, glaube ich, kann noch ein Tick größer sogar. Moment. Das ist verpixelt. Dann liegt das in der Händigkeit. Jetzt kann ich so viel Anstrengung lesen. Okay, wir machen es einfach ganz groß. Dann sieht man unsere Schultern nicht mehr, aber das ist okay. Okay, ich glaube, so müsste es jetzt gehen. Ich kann es gut lesen. Ja, Marieke, sage ich doch, es liegt an dir. Jetzt müsste es, glaube ich, gehen. Bei mir im Stream sieht es jetzt okay aus. Genau, die Stelle hatte ich auch. Ich glaube, wir müssen sie nicht ganz lesen, wie ich sie jetzt gelesen hatte, weil das wären, ich glaube, das sind so fünf, sechs Seiten. Das wäre vielleicht zu lang. Ich weiß es nicht. Ja, sag noch mal, wo du genau eingesetzt. Also Seite 26 hattest du gesagt. Genau, mit einem Lächeln. Also quasi nachdem sie signiert hat und so weiter. Oder während der Signierschlange. Ich bin richtig aufgeregt gerade. Ich bin gerade nervöser als vor meiner Lesung. Ich weiß gar nicht, warum. Oh Gott. Da konnte mich niemand bewerten. Also natürlich auch, aber kein Profi, behaupte ich. Um Gottes Willen, nein, das werde ich nicht machen. Ich hatte einmal Sprechertraining tatsächlich mit einer, ich weiß den Namen, ich war mit einer Schauspielerin. Das hat Lübbe für Sarah Sprintz und mich organisiert. Und da hat sie uns so, auch so ein Lesen beigebracht und so ein bisschen Übungen gemacht. Und wann man am besten Luft holt. Und ich habe, das Einzige, was ich bis heute wirklich mitgenommen habe, ist langsamer lesen, weil ich viel zu schnell gelesen hatte. Ja. Okay. Soll ich es erstmal gleich vormachen? Und du, dann machst du und sagst so das und das und das und das. Oder wie wollen wir das machen? Liest du jetzt, achso, kurz für die, also ich habe das jetzt, man sieht das nicht so, so vielleicht. Ich habe hier mein Tablet, mit dem ich normalerweise auch im Studio bin. Da ist auch der Text drauf. Okay. Genau, das ist nur zur Erklärung, dass ich jetzt so runtergucke. Ja. Liest du jetzt den Text mit meinen Markierungen? Ich weiß nicht, was die bedeuten, aber ich kann auch aus dem Buch lesen. Ich weiß es nicht, aber es wäre der gleiche Text. Ja, es ist ja, also nicht, dass sich die Markierungen raushauen, aber das wäre jetzt auch spannend, was die Markierungen mit dir machen. Das frage ich mich auch. Ich vermute, dass dahinter, ich lese immer so, wie ich denke. Ich glaube, die Pausen meine ich identifizieren zu können, die wörtliche Rede auch. Ja. Beim ganzen Rest nicht. Vielleicht die Betonung, wir werden es sehen. Du kannst es danach mal vorlesen, wie es intendiert. Ich auch, ich habe Angst, okay. Jetzt bin ich nicht beobachtet. Ich mache einfach so, jetzt sehe ich dein Gesicht nicht mehr. Nee, ist okay, ich habe einfach was drüber gelegt. Let's go. Mit einem Lächeln löste ich mich aus der Umarmung und posierte für ein weiteres Foto. Die Hände des Mädchens, das gerade das Handy seiner Freundin hielt, zitterten und ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, damit alle sich erst einmal entspannen und runterfahren konnten. Doch leider war nie genug Zeit. Ist das was geworden? Fragte ich das brünette Mädchen vor mir. Sonst können wir noch eines machen. Sie schaute kurz auf das Display und strahlte mich dann an. Nein, das ist super. Ich gucke dich schon seit vier Jahren, also fast von Anfang an und ich liebe jedes deiner Videos. Wir haben uns sogar dadurch kennengelernt. Das Mädchen mit den rotblonden Haaren, das bis eben noch das Handy gehalten hatte, trat einen Schritt nach vorn. Ja, in der Schlange der Videoconvention letztes Jahr. Bist du auch wieder dabei? Ich nickte. Die Videocon fand jedes Jahr in London statt und war ein Muss für die britische YouTube-Szene. Das Ganze war in nur zwei Wochen und neben Signierstunden und Panels würde ich dieses Mal in Zusammenarbeit mit Boots meine Fans schminken. Die Aktion würde jedoch erst am Montag beim offiziellen Launch der Linie bekannt gegeben werden. Ich bin auf jeden Fall da. Vielleicht sehen wir uns ja sogar wieder. Soll ich da mal aufhören, sonst wird es so lang? Ja, okay. Das war mega. Hm. Achso. Erstmal Komplimente annehmen. Danke. Also erst mal dachte ich so, ich weiß jetzt nicht, du hast jetzt mit meiner Textfassung gelesen. Ja. Ja, das hat doch voll gut funktioniert mit den... Mir ist nur eine Stelle aufgefallen, wo du anders als ich eine Pause gesetzt hast. Aber ansonsten war das ja so voll nach... Okay, gut. Aber was ist das mit diesem Bogen? Und ich wünschte ich... Ist das einfach so, dass du da keine Pause machst? Dass du da... Moment, wo sind wir? Es hat ja 26 dritte Zeile, wenn da so, oder auch drüber, diese Bogen bedeuten quasi, dass du da keine Sprechpause machst? Oder was genau bedeuten die? Zwischen Wünschte und Ich, ja, dass ich das Komma nicht mitlese. Ah, okay. Dass du nicht... Und ich wünschte, ich hätte mehr Zeit. Genau. Und ich wünschte, ich hätte mehr Zeit. Okay. Ja, genau. Und mehr wahrscheinlich betont da dann so. Und ich wünschte, ich hätte mehr Zeit. Ja. Okay. Genau. Ansonsten, aber ehrlich gesagt, also ich mache mir diese... Ich lese das natürlich irgendwie für mich und dann lese ich es nochmal laut im Studio logischerweise. Und manchmal stelle ich dann beim Darfest, ah, jetzt mache ich die Betonung irgendwie einfach aus einem Gefühl heraus doch woanders. Und dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, es ist wirklich eine Sache von, wie stimmig fühlt sich das gerade an? Und ist es natürlich? Und du kannst, also es wäre sowohl auf mehr als auch auf Zeit, wäre es immer noch natürlich gesprochen und eine sinnhafte Betonung. Dementsprechend manchmal halte ich mich auch null an meine Markierungen, die ich mir da gemacht habe. Also ich fand erst mal, Tempo war überhaupt kein Thema. Sehr gut. Das war früher immer ein Thema. Bei mir aber auch. Es ist ganz schlimm. Ich brauche gefühlt irgendwie so ein Kapitel, um mal so in so ein, okay, und jetzt sind wir angekommen und jetzt können wir auch ein bisschen lang so machen. Ja. Ich schreibe mir, ich weiß nicht, ob ich es hier gemacht habe, aber manchmal schreibe ich mir so direkt auf die erste Seite so Tempo, Zeit lang und mit ganz vielen Ausrufezeichen, damit ich ja auch auf mich höre. Ja, ich sehe gerade, du hast hier hier ein Smiley hingemacht, auch auf Seite 26, so ein Lächeln. Ja. Finde ich süß. Ja. Einfach, dass du sagst, so glücklich sprechen oder. Ja, genau. Okay. Witzig. Genau, das Einzige, wenn ich dir überhaupt was sagen darf. Auf jeden Fall, ja. Okay. Das Einzige, was ich dachte, wäre, ich hätte mir die Figuren, ich hätte mir gewünscht, dass ich die Figuren sehe, wenn sie sprechen. Genau. Also, dass du dir meiner Meinung nach auch erlauben darfst, sowohl Fiona in ihrer Sprechstimme als auch dann die beiden Mädchen, die da auftauchen, nochmal mit einer eigenen Stimme zu versehen. Das ist so mehr von der Sprechstimme als Herstimme. Also klar, es ist immer noch Fiona, die in der Ich-Perspektive spricht, aber die spricht ja trotzdem vor allem in der Situation, in der sie ist. Also sie ist ja so angeknipst und sie ist so, okay, cool, ich treffe jetzt hier gerade Leute und die freuen sich, mich zu sehen und Fotos mit mir zu machen, dass man das noch hört und die beiden Mädels sind ja auch so, oh mein Gott, wir sind voll die Fans. Genau, dass man das noch mehr hört. Ja. Aber ansonsten, was ist mir noch irgendwas aufgefallen? Ich fand es auch, ich fand es erst mal voll gut. Du hast dir, wie gesagt, du hast dir Zeit gelassen. Du hast Pausen sinnvoll gesetzt, fand ich. Ich hatte nicht das Gefühl, dass du irgendwo drüber gehst oder, keine Ahnung, dich verhaspelst oder irgendwie nicht zu Atem kommst oder sowas. Das hatte ich gar nicht eingezeichnet, aber ich mache mir manchmal so Wellen über einen Satz und das bedeutet für mich, das ist sozusagen Gedankenstimme. Und wenn sie hier zum Beispiel sagt, und ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, genau, und doch leider war nie genug Zeit, dann ist es ja wirklich, dann finde ich, darf man da auch mit der Stimme runtergehen und das wirklich als Gedankenstimme sprechen. Ja. Dass sie so ein bisschen mehr unterscheidet quasi. Genau, genau, genau. Ja. Willst du es nochmal machen oder? Magst du es mal lesen, so damit man einen Unterschied hat? Oder sonst kannst du auch weiterlesen, falls du dann, was du ansetzen magst sozusagen. Also kannst du sowieso lesen, was du magst. Ich glaube, ich würde einfach nochmal, ich würde das nochmal, die Stelle nochmal machen. Bis wohin hattest du, du hattest, äh, bis zu, vielleicht sehen wir uns ja sogar wieder. Genau, ja. Genau. Ich trünke einen Schluck. Mach das. Sofort los. Sofort los geht's. Ich muss aufpassen immer, ich habe Angst, mein Hund liegt hier unter mir. Oh. Und sie, oh, jetzt schnarcht sie und träumt. Und hört es ein bisschen, wie süß. Wirklich? Ganz, ganz leicht, weil man gerade das Schnarchen gehört. Ja. Sie ist eine sehr wilde Träumerin. Das heißt, die Pfoten zucken auch dann die ganze Zeit und irgendwann kann es jetzt sein, dass sie auch mal so, hu, hu, macht das. Also, nur zur Vorwarnung. Ties. Okay. Gut. So. Lesen. Wie liest man nochmal? Ähm, mit einem Lächeln. Okay. Mit einem Lächeln löste ich mich aus der Umarmung und posierte für ein weiteres Foto. Die Hände des Mädchens, das gerade das Handy seiner Freundin hielt, zitterten. Und ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, damit alle sich erstmal entspannen und runterfahren konnten. Doch leider war nie genug Zeit. Ist das was geworden? Fragte ich das brünette Mädchen vor mir. Sonst können wir noch eins machen. Sie schaute kurz auf das Display und strahlte mich dann an. Nein, das ist super. Ich gucke dich schon seit vier Jahren, also fast von Anfang an. Und ich liebe jedes deiner Videos. Wir haben uns sogar dadurch kennengelernt. Das Mädchen mit den rotblonden Haaren, das bis eben noch das Handy gehalten hatte, trat einen Schritt nach vorn. Ja, in der Schlange der Videoconvention letztes Jahr. Bist du da auch wieder dabei? Ich neckte. Die Videocon fand jedes Jahr in London statt und war ein Muss für die britische YouTube-Szene. Das Ganze war nur zwei Wochen und neben Signilstunden und Panels würde ich dieses Mal in Zusammenarbeit mit Boots meine Fans schminken. Die Aktion würde jedoch erst am Montag beim offiziellen Launch der Linie bekannt gegeben werden. Ich bin auf jeden Fall da. Vielleicht sehen wir uns ja sogar wieder. Richtig, richtig gut. Hier hat gerade schon jemand geschrieben, dass direkt das Gefühl, ein gutes Hörbuch zu hören stimmt. Ah, krass. Ja, herrlich. Wahrscheinlich ist es aber trotzdem im Hörbuch nochmal ganz anders. Ja, man liest ja den Text dann auch nicht zweimal exakt gleich, aber es ist krass, wie sich deine Stimme auch verändert hat und wie... Also, du hast auch so eine schöne Stimme, aber wie es plötzlich so melodisch einfach wurde. Richtig gut. Brinoli, ich habe noch nie ein Hörbuch gehört. Ich glaube, World School Light wird mein erstes. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, vor allem, wie du auch gerade die Sprechstimme dann nochmal... Also, klar, ist ja auch gesprochen, aber es hat sich dann auch direkt gesprochen, angefühlt. Mega schön, krass. Und was mir noch aufgefallen ist, was du korrekt machst, ich mache das oft falsch. Ich habe noch so ein Regiolekt ja teilweise drin. Bei mir, da ich aus Rhein-Hessen komme, immer das schon unterscheiden, ist bei mir furchtbar. Aber da kam jetzt zum Glück nicht so viel in dem Text vor. Aber wo es mir aufgefallen ist, bei Mädchen habe ich Mädchen gesagt. Und ich glaube, da zählt tatsächlich beides standardsprachlich. Wir hatten das in Germanistik auch mal. Aber ich glaube, deine ist die empfohlene Variante. Und da habe ich das mit E quasi gesprochen und du wirklich mit E. Ja, ja, ja. Ich glaube, bei so Sachen muss ich auch voll drauf achten. Aber es ist so schwer, dass ich das... Das Einzige, was ich wirklich jetzt richtig mache, ist das IG am Ende. Dass ich da König statt König sage und so. Das habe ich vorher auch nicht gemacht. Aber was so den Regiolekt angeht, bin ich da noch... Muss ich noch üben auf jeden Fall. Ja, aber ey, also da wird niemand, niemand wird da irgendwas sagen, wenn... Nee, klar. Bei einer Lesung. Das fällt, glaube ich, auch gar nicht so auf. Das ist... Wenn man dann, glaube ich, sehr, sehr darauf achtet und auf jeden Fall jetzt irgendwie genau sowas hören möchte, dann hört man das eventuell. Aber mir ist es ehrlich gesagt auch nicht aufgefallen jetzt bei deinem Lesen. Ich strenge mich an. Gut, dass bei der Lesung darf niemand was sagen. Ich kann sie rausschmeißen lassen. Nee, aber richtig cool. Hast du so Tipps, wie du... Du hast ja hier zum Beispiel farblich markiert, wer spricht. Das habe ich auch gemacht in meinem Buch tatsächlich, damit ich weiß... Also gerade bei den beiden Mädels, ich habe es nicht so gut hinbekommen wie du aufsichtlich, aber da habe ich bei der Lesung, dass ich so eine ein bisschen tiefer spreche und eine ein bisschen höher markiert. Hast du da Tipps für? Hast du dir so wie so eine Art Charakterprofile erstellt, so insgesamt, dass du halt weißt, okay, das sind so mein Repertoire in zehn Stimmen, das ich habe? Und dann versuchst du, die einzubauen? Oder wie machst du das? Es ist immer unterschiedlich. Also manchmal gibt es Bücher, die... Da weiß ich einfach aufgrund dessen, weil ich es markiert habe, dass mir beispielsweise so und so viele Frauen und so und so viele Männer begegnen werden. und ich versuche, die natürlich irgendwie, soweit das möglich ist, voneinander abzugrenzen, aber meine Stimme ist dann halt doch auch begrenzt und dementsprechend ist das manchmal ein bisschen schwierig. Aber... Und vor allem, das kommt noch dazu, ich bin nicht so ein Fan von... Bei uns nennt man das Chargen. Also wenn... Ich hätte jetzt die Einwürmer auch die ganze Zeit so sprechen lassen können, weißt du? Dass es so überspitzt ist. Sehr überspitzt und sehr klischeehaft und so ein bisschen comic-mäßig. Und davon bin ich nicht so ein Fan. Und dementsprechend limitiere ich mich da, glaube ich, auch so ein bisschen selber, weil ich dann einfach sage, nee, ich möchte, dass diese Figuren oder diese Menschen, die mir begegnen, immer noch wie Menschen in der realen Welt klingen. Wenn das jetzt ein Fantasy-Buch wäre, wäre das nochmal was anderes. Und ich habe so... Ich kann noch nicht mal sagen, wie viele Stimmen, aber ich habe ein Paar, die sich vor allem erstmal durch die Tonhöhe abgrenzen voneinander. Also ich mache auch gerne tiefere Frauenstimmen, weil die gibt es nämlich nicht so häufig. Vor allem, wenn man mal bei männlichen Kollegen guckt, klingen Frauen gerne mal irgendwie so und so ein bisschen einfältig. Irgendwann denke ich so, was? Genau, das versuche ich dann dadurch auszugleichen, indem ich auch gerne mal tiefere Frauenstimmen mache. Ich versuche viel auch über Dynamik. Also ist die so ein bisschen... Casey zum Beispiel hatte ich als doch eher frech und nach vorne so wahrgenommen und versuche das dann einfach schon in ihrer Art und Weise zu sprechen, reinzulegen. Ja, ich glaube, es ist so eine Mischung aus, wie eigentlich alles, so eine Mischung aus Technik und wie fühlt sich die Figur an, wenn sie spricht. Und wenn sie schüchtern ist, wie beispielsweise... Jetzt habe ich ihr... Wie hieß sie? Nee, sie hieß nicht... Wie hieß sie Nora? Nee. Wen meinst du denn? Die mit da verzettelt ist in diese ganze Geschichte. Ah, Natalie meinst du? Natalie. Ja. Anne. Anne war korrekt, ja. Genau, die ist ja eher so ein bisschen stiller. Genau, genau. Genau. Und dass das aber auch in der Stimme sich wiederfindet, das auf jeden Fall. Bei Männern, muss ich sagen, komme ich viel schneller an meine Grenzen, logischerweise. Das wäre noch mal eine Frage gewesen, ob du da noch Tipps hast, wie man die... Ich habe auch Lesungen immer nur aus Frauenperspektive gelesen bisher, noch nie aus Männerperspektive. Aber ich hatte es schon, vor allem halt bei Fadeaway und so, da hatte dann der männliche Protagonist Sprecher einen Teil. Und ich bin, also ich kann auch nur bedingt tief gehen. Da wollte ich auch fragen, ob du irgendwelche Tipps da hast, wie man das besser macht. Also das heißt, wenn du nicht nur die wörtliche Rede von ihm sprichst, sondern auch wirklich in das Kapitel liest. Nee, tatsächlich die wörtliche Rede. Ich glaube, ich werde einfach vermeiden, in das Kapitel reinzugehen und einfach immer aus Frauensicht lesen. Ja, das sind für mich tatsächlich auch nochmal zwei unterschiedliche Sachen. Also ich hatte jetzt auch ein Buch, wo ich zwei Männer und eine Frau gelesen habe, also im Perspektivwechsel. Und ich dachte so, wer hat sich das denn ausgedacht? Das heißt, ich musste zwei Männer sprechen und denen jeweils in ihren Kapiteln im besten Fall unterschiedlich Stimmen geben. Aber da bin ich auch vorsichtig, weil ich denke, auch da nicht karikieren, nicht irgendwie, man spricht jetzt die ganze Zeit so. Das ist ja irgendwie, ich meine, es gibt auch vielfältige Männerstimmen. Es gibt vielfältige Frauenstimmen. Es gibt ganz viel Vielfältigkeit. Und das ist gut so. Und deswegen, ich löse das häufig darüber, dass ich die Männerstimme so ein bisschen anraue. Also lass mich überlegen. Kannst du jetzt auch kurz eine Stelle raussuchen? Ja, genau. Ich gucke gerade mal, ob... In dem Kapitel sprechen kann. Doch, am Ende spricht Demian. Aber den habe ich einfach übertrieben gesprochen, weil er in seinem Video spricht. Und auch da der 32 stellt er... Ja, genau, genau. Stellt er ja... Spricht er das Intro eines Videos. Also ich erinnere mich, warte... Ich probiere es mal. Dylan Bennett, Natalie Graham, St. Middleton und Fiona Harris. War es nicht süß, wie sie sich bei diesem Christmas-Charity-Event für andere einsetzten? Zugegeben, es hat selbst mein Herz erwärmt. So? Und das ist so ein bisschen... Auch ein bisschen tiefer, aber vor allem so ein bisschen angeraut. Und er ist jetzt nicht so ein Hau-drauf-Typ, logischerweise. Da kann man, glaube ich, dann nochmal ein bisschen doller machen. Aber ich finde, das ist für mich eine ganz gute Möglichkeit. Aber da bin ich auch... Also mir hat bisher auch noch nie ein Mann zurückgemeldet, hey, ich habe gehört, wie du die Männer in deinem Hörbuch sprichst. Ich finde das total doof. Ja. Kann ja auch sein. So wie ich das bei ganz vielen... Entschuldigung. Von ganz vielen tollen Sprechern. Mit den Frauen. Mit den Frauen, ja. Trendswertig finde, wie sie die Frauen sprechen, ja. Nee, aber bin ich tatsächlich bei dir. Aber es ist nicht nur bei Männern, auch bei Frauen manchmal, wenn sie... Wenn Figuren ein bisschen Stereotyp angelegt sind und dann gibt es irgendwie... Keine Ahnung, so die... Was ist denn im N.A.? So ein Klischee im N.A. wäre... Betreibt irgendwie... Ein Kaffee ist ein bisschen kräftiger und ist dann immer so quirlig und am Rumwuseln und so. Und dann kriegen die auch immer so eine Stimme, die dieses Stereotyp noch unterstreicht und so. Und das... Ich verstehe, woher das kommt, aber das verstärkt ja diese ganzen Klischees irgendwie so ein bisschen. Und das ist ja ähnlich bei den Frauenstimmen. Ja. Auch so. Ich merke auch manchmal, oh, jetzt bin ich da gerade reingerutscht. Ja. Und versuche da aber aktiv dagegen zu gehen, weil ich das... Ja. Also gerade wir Frauen oder wir Sprecherinnen, wir können da eine Vielfältigkeit, eine Vielschichtigkeit aufzeigen bei den Figuren, die wir sprechen dürfen. Und ich finde, das sollten wir auch machen. Und eben nicht, weil es... Also nur weil es schon Frauenbuch draufsteht, was auch immer das sein soll, dann nicht noch mal eine Schippe draufzulegen und jetzt alles total verhaucht und total verliebt und ich bin auch irgendwie... Wie bin ich denn hier gelandet? Also, nee. Also, man gibt der Frau Stärke an die Hand, weil das hat sie und das darf man auch hören. Und genau so bei allen anderen Figuren. Also, selbst eine hier die Antiprotagonistin, die halt irgendwie dann da auftaucht und tendenziell dann wahrscheinlich so eine, ja, höhere, zickige, keine Ahnung was, Stereotyp-Stimme kriegt, kann man ja trotzdem gucken, dass man die noch mal ein bisschen vielschichtiger darstellt. Ja, total. Finde ich auch voll spannend, weil das ist beim Schreiben eigentlich, merke ich das bei mir, manchmal rutscht man in so ein Klischee-Denken rein. Wir sind ja alle irgendwie in dieser Gesellschaft aufgewachsen und dann versuche ich das halt auch beim Überarbeiten noch mal bewusst zu ändern oder jetzt gerade, weil ich schreibe gerade am dritten Band und habe dann versucht, so in den Geschlechterrollen der Eltern, der Protagonisten irgendwie so ein bisschen was umzudrehen, einfach um so ein bisschen diesen Gegenpol zu schaffen. Und es ist spannend, dass es beim Sprechen auch geht. Da habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht, aber das stimmt natürlich. Ich weiß, das fände ich spannend. Ich weiß nicht, ob du in eine Stelle reingehört hast mit der Mutter, aber da ist mir das... Muss ich mal machen. Da ist mir das ganz stark aufgefallen, dass ich habe angefangen, sie zu sprechen, als sie zum ersten Mal vorkam und ich dachte so, oh, sie klingt gerade wie ein Bösewicht. Ist die ja im Endeffekt auch. Sie ist einfach keine coole Person. Ja, genau. Aber ich dachte mir so, okay, aber muss man das von Anfang an so hören? Und habe mir da ja dann in dem Moment gewünscht oder beziehungsweise ich habe versucht, da auch ihr eine Varianz zu geben, dass sie nicht von vornherein so, ah, okay, sie ist jetzt böse und deswegen spricht sie die ganze Zeit so, sondern das ist ja trotzdem. Hör ich mir ja mal rein. Aber alle hassen die Mutter. Also ich glaube, es wäre auch okay gewesen, wenn du es so gemacht hattest. Also alle. In der Lesedjury alle so, ich hasse diese Frau. Ich so, ja, ich auch. Für alle hassen die Mutter. Ja, wie, wenn ich das fragen darf, also ich habe ja, ich habe davor im Urlaub Hannas Geschichte von Breakaway gehört. Du meinst jetzt Runaway, wo Hanna, also da waren drei, ja genau, ja, da waren drei gesprochen. Genau, der erste Band war mit Dagmar Bittner. Genau, ja, da war Dagmar Bittner. Genau, genau. Da hatte ich, genau, da hatte ich nur reingehört. Und bin dann, weil ich eben Hanna bei dir kennengelernt habe, zu Hanna gesprungen. Und ich muss ehrlich sagen, einfach auch von der Fülle an mittlerweile vielen, vielen Büchern, die ich in dem Genre gelesen habe, dass mir das so positiv aufgefallen ist, ist, dass du es hinkriegst in diese, wenn man es böse sagen möchte, Unterhaltungsliteratur. Ich nehme das gar nicht als böse, weil es war ja auch unterhalten. Ja, dass da trotzdem diese Tiefe reinkommt durch diese Themen. Also bei Runaway das Thema Selbstbestimmung, Körper, Abtreibung und so weiter. Und jetzt eben auch bei Worlds Collide diese finanzielle und emotionale Abhängigkeit und Erpressung. Und ich habe das aus dem, aus der ersten Anfrage, die ich von Sarah damals bekommen habe, habe ich das erst mal nicht so rausgelesen und war dann super überrascht, also positivst überrascht von dem Text. Aber wie erlebst du das? Also hast du dir das so auf die Fahne geschrieben oder sagst du, das ist irgendwie, also du hättest ja jetzt auch sagen können, so ey, ich mache dann gar nicht so sehr Unterhaltung oder dann ist vielleicht gar nicht so der Verlag für mich, aber du, ich habe schon das Gefühl, du bist da genau deswegen auch voll richtig. Ja, ich bin auch super dankbar, dass ich da so alles machen durfte bisher. Da kam jetzt noch nie thematisch irgendwie was, dass jemand so, oh nee, das ist zu hart. Ich würde gar nicht sagen, auf die Fahne geschrieben, es ist einfach so passiert. Bei Away habe ich es schon bewusst. Ich wusste, ich will eine feministische Reihe schreiben, diese Themen aufgreifen. Also es gibt in jedem Thema, also beim ersten, ich kann es mittlerweile bis zu sagen, es ist so, geht in die Richtung Revanche, Porn ist aber nicht ganz das. Beim zweiten ist es ja sexueller Missbrauch und beim dritten dann eben die Abschreibung und Selbstbestimmung vom Körper. Und dann war ich aber bei Worlds eher so, dass ich so dachte so, ich habe richtig Schiss, dass es zu seicht wird. Aber das ist, als es schon fertig war, ich habe das Thema nicht deshalb eingebracht, so das mit der Mutter und so, das stand schon fest. Aber ich hatte trotzdem, weil sie halt Beauty macht und das ist jetzt nicht mehr so Feminismus im Vorderpunkt, hatte ich irgendwie tatsächlich eher Angst, dass es, ich will nicht sagen, zu Unterhaltungssituationen, halt so zu seicht wird und dass Themen ein bisschen vielleicht zu oberflächlich behandelt werden. Ich glaube, im Endeffekt ist es nicht zwingend so. Aber nee, war nicht bewusst, ist einfach irgendwie so passiert. Keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, warum, weil ich habe, wie gesagt, ich bin, was das angeht, super privilegiert aufgewachsen. Ich habe eine super tolle Mama, habe jetzt auch noch mal so die Danksagung geschrieben. Meine Mutter auch so, danke für die Danksagung, dass niemand denkt, dass sie irgendwie so furchtbar ist. Das ist sie überhaupt nicht. Ich glaube, immer irgendwie Sachen, die einen in gewisser Weise tangieren, sind es jetzt Sachen, die Freundinnen passiert sind oder so oder die man mitbekommen hat. Oder bei mir, dafür habe ich mit einem anderen Teil meiner Familie zum Beispiel gar keinen Kontakt. Und dieser Kontaktabbruch hat sich, glaube ich, so ein bisschen, ja, so in Band 1 übertragen, weil das etwas war, was mich sehr beschäftigt hat vor ein paar Jahren. Ich glaube, man baut immer irgendwie Sachen ein. Keine Ahnung. Ja, ich glaube auch, weil ich sowas gern lese. Ich lese manchmal auch so gern so diese Chiclet, gerade so im Urlaub. Vielleicht schreibe ich irgendwann auch mal sowas, aber ich lese es auch einfach gern. Ist dir das schon mal passiert, dass Leute gesagt haben, ich habe damit angefangen und habe mich eigentlich auf Chiclet eingestellt und dann auf einmal war das und ich bin völlig überfordert oder finde das blöd? Nee, ich glaube, das ist auch bei, weil ich glaube nicht, dass es von mir erwartet wurde, dass es nur so unterhaltend ist und ich glaube, man hat es auch, also in Band 2 und Band 3 bin ich von Anfang an ja offen damit umgegangen, um welches Thema es geht. Man weiß ja schon am Ende von Band 2, okay, Miriam hat abgetrieben, ist jetzt auch kein Spoiler, weil man weiß es halt schon, bevor Band 3 startet. Und in Band 1 weiß man schon, was Kira passiert und so. Und dadurch, glaube ich, weiß man, mit welcher Erwartungshaltung man an das Buch rangehen kann. Man weiß direkt, dass es um diese Aufarbeitung geht. Oder bei Band 3 ist ja keine Aufarbeitung, sondern mehr so die Reaktionen darauf. Deswegen glaube ich nicht, dass es erwartet wurde tatsächlich. Bei Band 1, gut, ich habe auch durch die Triggerwarnung, weiß man ja auch ungefähr, was einen erwartet immer. Ich weiß jetzt nicht, wie bei World's Collide, wie es da ist, weil da ist es ja schon so Influencer, man denkt so erst, oh, sie macht so ihre Beauty-Videos, okay. Aber ja, deswegen mag ich auch, was du eben gesagt hast, dass es nicht so diese Klischee-Kiste ist und du hast einen wunderschönen Satz gesagt, wo ich eben noch dachte, oh, voll Zitatwürdig, aber ich habe ihn wieder vergessen. Da ging es irgendwie um Frauenstärke an die Hand geben oder so. Und das fand ich total schön, weil ich habe gehofft, dass ich das mit Fiona auch beim Schreiben schaffe, dass sie eben, sie ist super naiv teilweise, aber sie ist trotzdem nicht schwach. Und voll schön, dass du das dann mit der Stimme noch so weiter implementieren konntest irgendwie. Ja, das ist voll schön. Ja, meine liebsten Szenen mit Fiona waren tatsächlich auch die, wo sie so richtig, ja, auf die Kacke haut. Auf dem Tisch auf dem Ende, ja. Auf dem Tisch auf dem Ende. Habe ich so gerne auch geschrieben, es war so richtig so, endlich. Also ich will jetzt nicht spoilern, aber ich mag ihr Ende. Ja. Und ja, ja. Auch bei Wanns 2, also das kennt ihr jetzt ja noch nicht, das kennt ihr alle noch nicht, aber da mag ich auch das Ende. Und da war ich am Ende so, es wäre auch okay, wenn sie jetzt nicht zusammenkommen. War ich einfach so, sie sind einfach, sie würden schon klarkommen im Leben. Ich meine, Spoiler, sie kommen zusammen. Ist das eine Option, dann zu sagen, hey, nee. Also ich freue mich ja mittlerweile über fast jeden Film, in dem sich dann Männlein, Weiblein dann nicht küssen, sozusagen. Das ist ja schon, oh, geht das? Jetzt neulich erst habe ich Black Widow angeschaut. Nicht spoilern, den muss ich noch gucken. Okay. Auf jeden Fall habe ich mich da, ich habe mich da sehr gefreut, dass da, dass da so, oder damals auch bei Rogue One oder sowas, dass das nicht diese typische Liebesgeschichte Männlein sozusagen war am Ende. Aber ja, wahrscheinlich. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, es würde vorgehen. Ich weiß nicht, ob man es dann so, ob ich es so labeln würde. Einfach, weil ich glaube, dann würden einige, was ich auch verstehen kann, weil du gehst schon mit der Erwartungshaltung ja ran, es ist ein Liebesroman, die kriegen sich am Ende, deswegen meinte ich, das ist auch kein Spoiler, dass sie sich am Ende kriegen. Aber es gibt auch Bücher, die nicht so sind. Ich habe eins hinter mir stehen, irgendwo in der blauen Riege da hinten von Emma Scott. Ich will nicht spoilern, was da ist, aber da ist es nicht so. Und ich glaube, es gibt auch Enden, bei denen es nicht so ist. Könnte ich mir auch vorstellen, zu schreiben, aber ich weiß nicht, ob ich es dann so labeln würde. Ich weiß nicht, ob ich, Selbstlücks hätte wahrscheinlich auch kein Problem damit. Ich müsste es glaube ich nur vorher im Exposé schon mal vermerken, so ey, am Ende gehen die getrennte Wege. Gibt es ein paar Bücher. Und kennst du How to be Single? Das war eine Zeit lang auf Netflix. Ja. Das läuft ja leider nicht mehr, aber da ist es auch richtig gut gelöst, finde ich. Der ist auch sehr offen. Ja. War das der mit Dakota Johnson? Ja, genau. Und den fand ich auch richtig gut gemacht, aus dem Grund, als ich den geguckt habe, war ich auch schon so, irgendwann schreibe ich so ein Buch, weil das hat dir so ein richtig gutes Gefühl gegeben irgendwie am Ende. Ich habe den auch zwei, drei Mal gesehen, weil ich den so mochte. Ja, cool. Ja, irgendwann schreibe ich so was mal. Ja, aber momentan bin ich, bin ich auch happy, dass sie ihre Love Story Enden haben. Ja. Das ist okay für mich. Ja, aber wenn man zwei war es echt kurz, so war ich so, aber ich habe es trotzdem. Aber auch gut, ich meine, ist ja schon mal ganz schön, auch das für sich selbst festzustellen, dass man das selber gar nicht so, gar nicht braucht. Nee, voll. Ich glaube auch, weil es ist ja auch so eine Einstellungssache, ich bin vergeben glücklich und Single glücklich. Für mich macht das so, es ist ein Add-on, aber es, also es fügt im Leben was hinzu oder es ist trotzdem komplett auch ohne so und ich glaube, das ist die Message, die ich auch irgendwie gern mitgeben würde. Also ja. 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 Ich habe erst gestern einen Artikel in einem Magazin gelesen, in dem es darum ging, dass Menschen mit einer glücklichen Single-Frau ein viel größeres Problem haben als mit einer unglücklichen Single-Frau, weil das einfach nicht in das Konstrukt dieser Welt passt, dass eine Frau sich aktiv dafür entscheidet, eben nicht in einer Beziehung zu sein und das auch nicht zum Mittelpunkt ihres Lebens oder ihres Erstrebens macht, jetzt auf jeden Fall den Mann oder die Frau oder die Person ihres Lebens zu finden und da aber so, so viel drauf aufbaut. Ich meine, klar, popkulturell, ganze Musik, Literatur und so weiter, aber auch so gesamtgesellschaftlich, wenn es jetzt nicht zu weit geht, dass wenn Frauen sich nicht zubehörig oder sich nicht verantwortlich fühlen würden für eine andere Person oder für mehrere andere Personen, dass viele, viele Sachen nicht funktionieren würden. Ja, total. Ist aber auch ähnlich mit dem Kinderkriegen eigentlich. Also wenn Leute auch verheiratet sind, ist jetzt immer so der Next Step und ich habe super viele Freundinnen, die keine Kinder haben wollen. Das ist total okay. also, ja. Ja. Spannend. Ja, mal gucken, was ist. Ich glaube, da tut sich noch ein bisschen was, aber wir sind noch im Wandel. Mal gucken, ob wir es da hinkriegen. Ja. Ja. Wir sind ein bisschen abgeschwiffen auch. Das ist voll okay. Ich habe auch gerade noch mal in den Chat gefragt, ob jemand noch Fragen hat, weil wir sind ja auch schon echt, ich meinte vorhin noch so zu dir, ja, so circa eine Stunde und jetzt sind wir schon anderthalb Stunden dabei. Ah, Jackie fragt gerade, ob du auch Sprecher-Workshops anbietest. Tatsächlich nicht. Zum einen, weil es ganz, ganz viele KollegInnen gibt, die das seit Jahren machen und ganz, ganz toll machen, aber wenn, also genau, wenn ihr irgendwelche Tipps braucht oder sowas, kann ich die gerne noch Annabelle schicken und also ich glaube, wenn überhaupt, dann würde ich sowas sehr, sehr spezifiziert auf Mikrofonarbeit machen. Also ich habe aufgrund meines Studiums tatsächlich auch diese, ich kann das theoretisch Leuten beibringen, ich habe das seit dem Studium nicht mehr gemacht und ich sage immer, ich bin auch, glaube ich, ein Stück weit zu egoistisch dafür. Also ich arbeite lieber mit mir und an mir selbst, als dass ich jetzt so, ja, das so nach außen gebe. Ich glaube, das ist einfach eine Typfrage und ich habe für mich festgestellt, so, ich glaube, andere Leute gehen da mehr, mehr auf. Ja, aber wenn, wenn ihr Interesse daran habt, auf jeden Fall, es gibt ganz, ganz tolle, es gibt auch sehr, sehr viel Blödsinn, muss man dazu sagen, aber es gibt sehr tolle Kolleginnen, die das machen, ja. Kannst du ja noch mal Bescheid sagen, Jackie. Wir hatten letztes Mal auch, als wir den Hörspiel-Sprecher da hatten, hat er auch so eine Website empfohlen, so ein Forum, wo er sich so ein bisschen auch was angeeignet hatte. Genau, alle sagen hier so, war sehr spannend, kann nie genug davon bekommen, wenn SprecherInnen von ihrer Arbeit erzählen. Aber eine Frage kam noch rein. Was wären Projekte fernab von Hörbüchern, die du gerne mal angehen würdest? Also jetzt hast du ja schon gemeint, dein Videospiel hast du ja jetzt. Aber auf was hättest du so richtig Lust? Ich habe richtig Bock auf viel, viel mehr Videospiele. Hier ist noch jemand aus der Games-Branche. Kannst du da nicht was machen? Ja, doch, darauf habe ich auf jeden Fall Bock, weil das so eine ganz andere Arbeit ist und man sich so richtig, also das, was ich vorhin meinte, mit Chargen, die ich in Hörbüchern tendenziell schwierig finde, wenn es nicht zum Genre passt, kannst du da halt alles rauspacken und du bist halt einfach so in einer ganz, ganz anderen Energie und wenn, ich würde immer sagen, ein Hörbuch ist ein Marathon und ich habe im letzten Jahr, ich bin sehr viele Marathons, Marathonie, weiß ich nicht, bin ich gerannt und habe viele Hörbücher gemacht und jetzt gerade lächze ich so nach so kurzen so Snacks, so kleine Sprints, die, um mal in dieser Analogie zu bleiben, genau, also sehr viele kleinere Sachen, da habe ich Bock drauf. Ich habe Bock, mehr Werbung zu machen, tatsächlich, weil das ähnlich überdreht ist und ich glaube so, das Thema ist wirklich gerade weniger Sachen, die so verkauft sind, genau, und dann lasse ich dir mein 16-Stunden-Hörbuch einschneiden, das wäre dann der Super-Run statt Marathons. Also das wird es auch geben und ich will das auch nicht missen, weil ich diese Arbeit total liebe. Ich glaube, letztes Jahr war einfach wirklich ein krasses Hörbuchjahr. Ich weiß nicht, wie das passiert ist und ich bin super dankbar dafür, dass ich so viele Sachen machen durfte, gerade mit Lyx und Lübe. Ich habe jetzt dieses Jahr aber auf jeden Fall auch Bock. Ein bisschen Abwechslung. Genau, ein bisschen Abwechslung und ich glaube auch, so wie ich dieses Jahr gestalte mit irgendwie meinen Urlaub fahren wieder und so, ist es ganz gut, mal zu sagen, ah, okay, hier kommt irgendwie was Kürzeres und da ist was Kürzeres und nicht direkt so ein Block. Okay, also auf jeden Fall Videospiele und Werbung ist notiert, falls jemand das schaut und auch direkt was hätte. Nee, aber ich stelle mir auch Videospiele cool vor. Du erreichst Leute nochmal ein bisschen anders als bei Hörbüchern. Also ich zocke ja selbst total gern, deswegen finde ich es immer toll, wenn auch was toll vertontes. Ich hatte auch von, ich habe Tell Me Why gespielt, auch on Stream und habe mir direkt die Sprecher notiert im Deutschen, weil ich spiele sonst immer auf Englisch und habe es auf Deutsch gespielt und habe nur vergessen, umzuschalten, war aber so hooked von dem männlichen Sprecher, dass ich direkt wusste, okay, ich muss es auf Deutsch weiterspielen, weil mich diese Stimme so fasziniert hat und das hatte ich vorher noch nie. Weißt du, wer das ist und ob der auch andere Sachen macht? Mittlerweile ja, macht er, der hat auch, jetzt mittlerweile, ich glaube sogar für Lüchsen ein Hörbuch gesprochen, weil er ist ein Transmann und hat, ich glaube, Felix Ever After gesprochen. Ah, ja, da habe ich auch reingehört, ja richtig, ja. Ich gucke mal ganz kurz, ich weiß, gleich habe ich den Namen bestimmt. Lukas von Horbatschewski, glaube ich, kann das sein? Ja. Ich glaube auch, das war sein erstes Hörbuch, was er, ja, genau. Genau, das erste Hörbuch, weil damals, als ich so überlegt hatte, hier sind noch ein Jahr Hörbücher nicht so, aber logischerweise, ich glaube, aufgrund der Transthematik, weil es ja dann auch cool war, einen Transmann als Sprecher zu haben. Voll gut, dass sie das gemacht haben. Ja, der Achte Buxer war eh, finde ich immer sehr drauf, dass es irgendwie ein bisschen auch passt, tatsächlich. Ja. Ich hatte neulich auch ein Projekt, oder was heißt neulich, ist jetzt auch schon ein Jahr her, die Bücher von Sophie Bichon beispielsweise, die ja ganz stark auch in der queeren Ecke zu verorten sind, in der literarischen, wo ich immer sage, so, hol dir da raus, liebe, liebe, liebe. Aber da war ich kurz mal so, ich glaube, ich werde als Cis-Hetero-Frau gelesen, was nicht stimmt so, aber, ja, wo ich dann aber kurz mal so war, so, ist das in Ordnung, dass ich diese Bücher jetzt gerade lese, obwohl ich eben keine lesbische Frau beispielsweise bin, sondern eher eine queere, so, und dann die Frage, kann man, das, wäre das jetzt an mir zu sagen, hey, ich gebe das an eine, ähm, an eine offene Sprecherin ab, Lesbische Sprecherin, so, ja. Ja, das ist super schwierig, wir haben uns da auch schon so in unserer Antwortengruppe häufiger überhalten, wenn es um POC-SprecherInnen gibt, weil es da einfach, du musst ja immer so ein bisschen auf die Karteien achten und da ist manchmal wirklich einfach so gefühlt Frachland, was dann wieder die Auswahl auch schwieriger macht. Und deswegen freut es mich so, dass dann, dass dann Lukas anscheinend auch entschieden hat, dass er dieses Hörbuch dann spricht, weil es wäre super schade gewesen, wenn das halt dann nicht irgendwie auch queer gewesen wäre. Also ich glaube, dass da, ja, aber ich glaube, mit dem Thema könnten wir auch noch mal so Stunden füllen, weil da haben wir auch schon so super viel drüber diskutiert, wie man es da auch möglichst, ja, divers irgendwie gestaltet, ja. Das ist beim Schreiben aber witzigerweise eine ähnliche Thematik, da ist es auch, ich hatte gerade in a way auch sehr, sehr viele nicht-straighter Charaktere und dann ist es ähnlich, da kommt gleich noch eine Frage rein, dann lese ich gleich vor, da ist es dann manchmal schwierig, irgendwie zu entscheiden, so dürfte ich jetzt aus ihrer Perspektive was schreiben, weil wenn du beim Traiko, das kennst du vielleicht ja vorhin noch, und sie ist vietnamesien- und bisexuell, deswegen habe ich mich dann dagegen entschieden aus ihrer Perspektive, weil wir hatten überlegt, noch eine Sequel zu machen, aber da hätte ich mich auch nicht bewohl gefühlt, aus ihrer Sicht so zu schreiben, als offensichtlich nicht-vietnamesischer weiße Person. Ja, grundsätzlich ja die Frage, dass, also wir hatten uns vorhin drüber unterhalten, dass mein Freund auch Autor ist und dass da auch die Frage dann irgendwann in seinem Buch kam, wenn ich jetzt bei dieser Person, bei der ich eine sehr konkrete Vorstellung habe, dass sie eine POC ist, wenn ich das jetzt dort benenne, dann ist vollkommen klar, dass alle anderen im Buch weiß sind und das ist ja auch, also du nimmst, also auf der einen Seite willst du den Rahmen und irgendwie die Bühne schaffen und sagen, hey, und dann halt aber auch nicht irgendwie plump so, keine Ahnung, so, sondern wirklich auch, hat eine braune Haut, sondern halt, ja, genau, sondern wirklich auch, okay, es wird halt in so einem Nebensatz, wenn überhaupt, wird das kurz angedeutet, ah, okay, ich bin, aber ja, du machst dann halt im Prinzip auch klar, über alle anderen, über die Hautfarbe aller anderen wird nicht gesprochen. Ja, und dann hast du wieder eine Norm geschaffen, was du ja eigentlich nicht willst in dem Moment, das finde ich auch super spannend beim Schreiben, ich versuche, also bei Away habe ich viel versucht, über die Nachnamen so zu klären, dass man weiß, okay, der eine ist Mexikaner, sie ist Türkin, sie ist offensichtlich Vetamesin und so, da habe ich es gar nicht so mit den Hautfarben beschrieben. Bei World School Light Party ist es schwieriger, weil einfach, es spielt in London, jeder zweite Mensch, den du triffst, ist nicht aus London und so, und da habe ich es gemacht, habe mich da aber auch tatsächlich schwer mitgetan, weil dann habe ich versucht, nichts so zu schreiben, hat braune Haut, hat weiße Haut, sondern so ein bisschen so, wenn die Wangen rot werden, sieht man das dann entgegen der Plesse und es ist so voll der Struggle beim Schreiben manchmal, aber einfach, weil du ja auch nicht willst, dass alle sich alle weiß vorstellen und so und damit da so ein Umdenken irgendwie stattfindet, das ist ja, ist voll die, voll die Jonglierleistung, aber auch eine nötige, finde ich. Ich finde auch nicht, dass man aus Bequemlichkeit sagen sollte, dann lasse ich es einfach weg, weil das ist irgendwie meiner Meinung nach nicht die richtige Lösung, deswegen. Ja. Und ich glaube, ich hatte trotzdem, weil du hast ja gelesen, oder war Demiens Stelle, da ist er in der Talkshow und da ist die, die Frau, die die Talkshow macht, halt auch nicht weiß und so, da habe ich es dann auch geschrieben und da war der Moment, wo ich so dachte so, dann musst du es jetzt bei allen anderen aber eigentlich auch schreiben, weil sonst hast du so, ja, ist, ich glaube, da wird sich noch viel tun, hoffe ich, ja, wo man noch so mehr, und da musst du auch aufpassen, wie du es beschreibst, da gibt es aber zum Glück online ganz tolle, von POCs halt so, so Anleitungen quasi, was, dass du halt eben nicht schreibst dunkle Haut, sondern halt einfach schreibst schwarze, braune Haut und das halt darstellt und halt auch einfach so, ja, einfach ein bisschen halt, wie man das ein bisschen eleganter vielleicht lösen kann, ohne da jetzt aus Versehen rassistisch zu agieren. Ja. Ja, bin gespannt, was da, was ich da noch tut, ich glaube, da habe ich auch noch sehr viel zu lernen beim Schreiben, ja, ja, voll spannend, jetzt sind wir voll vom Thema abgewichen und ich fand es richtig gut, auch so deine Meinung, das so zu hören und ich finde es krass, wie viel man mit dem Sprechen noch dazugeben kann, in der Geschichte, weil das sind ja, ich gebe das Buch ab und dann ist bei mir ein Haken dran und dass du aber trotzdem noch so viel hinzugeben kannst, um es zum Beispiel diverser und feministischer zu machen, finde ich voll spannend, habe ich nie drüber nachgedacht, voll cool, also danke, dass du das gemacht hast. Ja, danke, dass ich das machen durfte, also das ist natürlich der Best Case, so wenn sowohl das Buch das hergibt, als auch, wenn das dann hoffentlich auch funktioniert, dass man dann nochmal so ein bisschen mitgestalten kann oder ja, einfach sensibel dafür ist, was, was, wovon gibt es noch nicht genug und wo wäre es gut, wenn es mehr geben würde, sage ich mal. Ja, total. Ja, dann sind wir am Ende nach mehr als einer Stunde, ich sage es mal so, wir waren jetzt eine Stunde 40 live, aber es hat voll Spaß gemacht, ich finde, die Zeit ist auch so dahin gerast, ist mir aber auch schon den Form-Stream aufgefallen, wo ich so dachte, ja, dann plaudern wir mal los und plötzlich war es so, oh, es ist schon nach 12. Also hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du Tipps gegeben hast, dass du das Hörbuch eingesprochen hast, sollte ich irgendwo hören, dass SprecherInnen für Videospiele gesucht werden, werde ich dir einfach auf Instagram schreiben. Sehr gut. Sag uns allen Bescheid. Ja, dann danke dir auf jeden Fall, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, verabschiede mich vom Chat, Dankeschön, das aufmerksame Zuhören und schon mal. Also noch kurz als Info, im April kein Buch geplauder an alle, weil ich in London bin und keinen Bock habe, mein Equipment mitzuschleppen. Das heißt, wir alle sehen uns heute Abend entweder wieder für Sims oder im Mai und dann sage ich euch schon mal Tschüss. Bis dann. Tschüss.